Gut, nehmt auf. Herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts, live aus dem Untersuchungsausschuss der Podcaster-Vereinigung. Einspruch. Unschuldig. Jetzt haben wir Pass. Ja, wir sind wieder da. Richtig. Ja, nachdem es ein paar Zwischenfälle, nachdem wir wieder Rekonvaleszenzen. Es ist so zu sagen, ja. Es war ein Problem, weil wir ein paar, der mal zu jeweils einen Zeitpunkt keine Stimme gehabt haben. Ja, das stimmt. Also wir haben eigentlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten keine Stimme gehabt. Genau, beim eigentlichen Aufnahmetermin habe ich keine Stimme gehabt. Und dann noch noch ich. Beim Wiederholungstermin hat auch Alex keine Stimme gehabt. Und jetzt sind wir beide relativ angeschlagen. Aber wir scheuen keine Mühe und körperliche Züchtigung, um euch da wieder was Neues zu liefern. Würde ich sagen, oder? Sagen wir es so. Körperliche Züchtigung. Ja, was? Nennt man das nicht so? Nennt man das nicht so? Warum? Was tust du, wenn du krank bist? Ja, umgelegen. Achso, ich mache, du machst da andere Dinge. Nein, nein, nein. Umgelegen und nichts tun, aber wir sind ja beide noch nicht ganz hundertprozentig fit. Also bei mir zieht sich das jetzt auch schon wieder. Also es ist einfach fies, aber ja. Ja, ja, ich meine, es geht wieder, also von dem her. Gut, dann. Da muss man gar nicht lange umalabern, oder? Hupfen einfach gleich in ins erste Thema. Das können wir machen, ja. Der Alex ist nicht auf Smalltalk aus. Von dem her. Heute wird es interessant, weil die Themen, die haben wir uns tatsächlich vor Wochen zusammengesucht. Puh. Puh, ich weiß nicht mehr, was da drin steht. Ja, ja, ich tue mich auch schwer. Vor allem bei der ersten News. Mozilla baut ab. Ich bin froh, dass du der Erste bist. Ähm, ja. Also es ist mein Thema. Ja. Okay, Mozilla stellt sich neu auf. Also nachdem ich die ganzen Tech-Konzerne ja angefangen habe, Intelligenz rauszuschmeißen, was ja immer eine sehr gute Sache ist, um auf einem harten, künften Markt zu überleben, schmeißt man einfach Leid aus. Ist sicher schlau. Ist gleich ein Macht aber Mozilla. In dem Fall würde ich aber fast sagen, ist es ziemlich wurscht, weil was haben die sonst noch außer Firefox? Thunderbird. Naja, Thunderbird ist auch nicht mehr direkt Mozilla, sondern wird auch eher von Apache finanziert. Ja, ja, aber das könnte noch sein. Ja, es ist halt irgendwie in so einem Open-Source-Financing-Topf drinnen. Aber gehört dazu, Apache Foundation. Ähm. Ja. Weniger VPN, weniger Relay, weniger Hubs, mehr Firefox und KI. Also Firefox stellt sich neu auf. Mozilla stellt sich neu auf. Macht einen Browser. Überraschenderweise. Was ich da gerade liess. Und will mehr KI machen. Ich finde das ein bisschen problematisch natürlich. Ähm. Nicht das KI machen. Das macht ja jetzt jeder. Das ist modern und cool. Aber gerade, dass gerade Firefox, die, also Mozilla, die sich beim Browser eben durch die zusätzlichen Funktionen von der Konkurrenz ein bisschen abgehoben haben, jetzt diese zusätzlichen Funktionen wieder oder an. Ich glaube, die haben ein bisschen ein Problem, weil zum Beispiel Brave macht ja auch VPN. Und der basiert halt auf Chromium. Ja. Mozilla hat auch ein großes Problem. Ihr größter Konkurrent ist ihr größter Finanzier. Hm. Ja, das stimmt auch irgendwie. Ähm. Nenn dich die Norme, dass die Leute auch wissen. Ja. Weil sonst. Google natürlich. Ja. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, klar. Google. Also Google finanziert Mozilla ja, weil Google Startseite ist die Startseite in Mozilla. Also im Firefox. Und das lässt sich Google ziemlich an Geld was kosten. ähm, für Google vor einigen Jahren sicher extreme Relevanz als Firefox selber noch relativ relevant, äh, als Firefox selber noch relevant war am Browsermarkt. Mittlerweile, ich weiß nicht, wo, wo, wo gehen denn da die, die Nutzungszahlen momentan hin? Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, das Sumpern jetzt irgendwo bei 20, ähm, Prozent Marktanteil um. Ja, im Moment, ich meine, du tust da halt auch schwer gegen, also gegen Google Chrome, also gegen Chromium ist im Moment wahrscheinlich eh nix gewachsen, also es ist eben kein Schietter, um was willst. Meist genutzte Browser weltweit? Ist sicher Chrome. Chrome? Mit 36 Prozent? Also Chrome 100, okay. Weil die gehen nicht auf unterschiedlichste Versionen. Okay, irgendwo bei, jetzt muss man da wieder zusammenrechnen. Chrome mit 36 plus 5 plus 5 plus 5 plus 3, also knapp 50 Prozent und der Firefox 3 Prozent. Das glaube ich hätte es fast nicht. Gibt es da bessere Browser-Statistiken? Also, er hat schon noch, ich meine, ganz verschwinden, wird er nicht so schnell, also das dauert schon noch. Okay, die ÖWA, also die österreichische, was ist die ÖWA, österreichische Tageszeitungs- Online-Magazin-Vertretungs-Innung oder sowas, die listen das für 2023 beziehungsweise das erste Quartal 24 so auf und okay, da hätten wir zumindest einen Anhaltspunkt für den österreichischen Markt, äh, für den österreichischen Markt. Chrome 44,3 Prozent, Safari 21,2, Samsung Browser 8,4, Edge 5,8, Firefox 5,7. Da ist die Frage, wie lange sich Google das noch ein paar Millionen kosten lassen wird. Ja, was sein für Google ein paar Millionen? Ja, aber wenn sie es nicht zahlen müssen, zahlen sie es auch nicht, also von dem her. Es ist, Mozilla und Firefox, falls am gewissen etwas der Browser ist, hat es zwar super cool Customizable, kann viele Funktionen, ist jetzt datenschutztechnisch wahrscheinlich, ist geringere Übel, aber er ist halt einfach, ich hab ihn ja selber ewig verwendet. Ich weiß, ich bin auch von Firefox auf Brave umgestiegen. Ich kann, ich kann nur sagen, er ist halt einfach träge. Ja, ja, nein, ich bin von Firefox auf Brave umgestiegen und Brave war für Firefox das schlechteste, was hat passieren können. Genau, genau, nämlich ein vergleichsweise flotter Browser mit gutem Datenschutz. Das ist für Firefox. Ja, es ist vor allem Chrome mit Datenschutz. Genau, wobei Chrome jetzt auch nicht unbedingt der performantischste Browser ist, also zumindest am RAM-Verbrauch gemessen. Aber ja, es ist kacke, 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 kacke. Es gibt nicht wirklich eine Konkurrenz daraus. Also es gibt mittlerweile, kannst du sagen, drei Browser-Engines und das war Chromium-Engine, Firefox und die Webkit, die im Safari und ein paar kleine Browser-Trennissen. Ja, aber die würde, wenn es nicht Apple wäre, wäre die ja schon gestorben. Weil die hat auch wenig Relevanz. Ja, es gibt zumindest ein paar alternative Webkit-Browser noch. Es gibt noch welche. Man muss kein Safari verwenden, um Webkit zu nutzen. Nein, nein, eh nicht. Bei Apple, bei Webkit gibt es halt, was ich sagen muss, Webkit ist schnell, also Safari und Webkit ist schnell und ressourcenschonend. Du musst einmal dein Notebook vergleichen, eine Stunde mit Chrome surfen auf Akku und eine Stunde mit Safari surfen auf Akku, du wirst einen eklatanten Unterschied merken. Aber Webkit ist halt nicht, da fallen halt ein paar moderne Webtechniken. Und wenn ich mir das anschaue, die Software, die wir bei uns im Unternehmen entwickeln, die ist ja browserbasiert und die nutzt halt AngularJS, das ist ein Google-Entwickling, als Frontend-Maschinen. Und das in Safari zu nutzen ist möglich, aber hin und wieder doch ein bisschen ein Pain. Ja, Safari ist nicht... Es fallen auch moderne Webtechniken einfach, das fällt dem. Ja, aber ja. Ja, blöd für Mozilla, wenn sie da jetzt Know-how entlassen. Blöd für Mozilla, dass sie ein paar von ihren coolen Nebenprodukten einstampfen, aber sie werden schon wissen, was sie machen. Darf ich sagen? Ja, ich denke schon. Sie werden nicht viel Wahl bleiben, denke ich mir. Gut. Thema Nummer zwei. Das war ja ein kurzes Thema. Ja, schon mittlerweile, das, was ich da habe mit den Roller, den, glaube ich, haben wir schon einmal gehabt. Die sind ja irgendwann einmal, glaube ich, nicht mehr so gut da gestanden. Und irgendwann hat da jetzt einmal diese App auch nicht mehr funktioniert. Aber das hat sich jetzt schon scheinbar schon wieder erledigt. Ah, okay. Das heißt, das Thema ist nicht mehr aktuell. Ja, es ist halt wieder der Klassiker. Du hast zwar eine Schlüsselkarte, um das Ding zu starten, aber wenn halt alles nur über eine App laufen würde und der Server wird abgedraht, hast du halt ein Problem. Vor allem, weil es halt eigentlich keinen Sinn macht, bei so einem... Na, eh, eh. Wissen wir, kennen wir... Ja, Klassiker. Der Cloud-Klassiker. Der Cloud-Klassiker, ja. Der Cloud-Klassiker. Vor allem, es ist halt bei so einem Roller, nebenbei doppelt Aschers. Ja, er geht nicht mehr und er ist Müll. Es wäre ein Neufall, er geht nicht mehr und er ist Müll und vor allem, das wäre relativ teurer Müll. Ja. Ich bin einmal gespannt, wann sich... ...die Kunden gegen dieses komische... Ich kaufe ein Device und das lässt sich nur per App-Steuern-Modell auf die Straße gehen. Ich weiß nicht einmal, ob das die Kunden unbedingt sein. Ich glaube auch, die Firmen wählen das halt haben. Ja, ja, sicher. Die Firmen wählen es haben, aber die Kunden kaufen es. Weißt du, das ist die Frage. Die Frage ist halt... Wann hast du Kunden auf, so einen Scheiß zum kaufen? Weißt du, die Frage ist, ich meine, jetzt in deinem Fall, bei einem Roller hast du ja nicht das Problem, da kannst du auf Alternativen ausweichen, aber bei vielen anderen Geräten gibt es ja gar nicht mehr. Ja, aber auf was für Alternative kannst du ausweichen? Ja, von anderen Rollern. Ich meine, du kannst von anderen Rollern generell ausweichen. Aber bei vielen anderen Produktkarten... Ja doch, ich meine, in deinem Fall, wenn ich sage, ja okay, unterstützt den Scheiß nicht, kauf ich... Ach so, okay, okay, bevor du den kaufst, okay, ja klar, okay. Ja. Aber das ist alles, was du tun kannst. Ja. Allerdings wird der Komfort immer gewinnen. Das ist halt auch das Nächste. Also Kunden taugt sich anscheinend. Ja, ja. Ich meine, zusätzlich, okay, da lasse ich es mir ja einreden, dass man sagt, ja, zusätzlich diese Funktionen auf einer App, okay, passt, super. Aber es wäre halt praktisch, dass trotzdem noch alles am Roller selber zu bedienen wäre. Wie haben wir das gehabt an so einem Roller, wo er blinken über das Handy einschalten hast du müssen, gell? Da haben wir auch mal so ein Gerät gehabt. Haben wir das gehabt? Da haben wir auch mal so ein Gerät gehabt, das absolut kein Display mehr gehabt hat. Und ich glaube, sogar blinken hat man über die App am Handy einschalten müssen. Ja, ich meine, bei denen musst du zumindest sagen, bei diesem Roller, er hat zumindest eine Schlüsselkarte, wo du ihn starten kannst und normal fahren kannst damit. Ja, aber die Schlüsselkarte ist ja über die App mit dem Server verbunden, oder? Nein, die Schlüsselkarte ist... Ah, okay. Ja, gut. Immerhin. Das muss man ja zumindest sagen. Das ist ja etwas. Ja, gut. Moment, bevor ich da zum nächsten Thema hupf kurz meine Aufnahme nochmal... Okay, Ameisen essen, hat er auf... Uh, ja, das ist ein cooles Thema. Das habe ich ziemlich witzig gefunden. Feuerameisen fühlen sich in elektrischen Geräten wohl. Oh, das ist gemütlich. Und die fühlen sich im PC wohl, weil es da drin so angenehm warm ist. So kuschelig, oder was? Es ist... Ja, da hat es auch so... In einem Subreddit hat es einen Post gegeben von einem User, der da wirklich Fotos gemacht hat, wie Feuerameisen da über sein Mainboard drüber spazieren. Ui, das klingt ja super geschissen. Ja, erstens finde ich es geschissen im Sinne von, oh mein Gott, was machen Feuerameisen bei dem in diesem Raum, wo er die Hardware aufgestellt hat? Und, oh mein Gott, was machen Feuerameisen in der A-Hardware drin? Also, es ist ein bisschen doppelt fies. Ja, da hast du gut erwischt. Ich will ja keine Feuerameisen haben, oder? Du willst A, keine Feuerameisen haben, und B, nicht auf deiner Tastatur. Ja. Und nicht in mein Gehäuse. Also gut, wenn sie in den Lüfter reinhupfen, ist mir das ja ziemlich wurscht, weil das ist ein kurzes Vergnügen, was wir dann haben. Aber, und, was ich auch gelesen habe, dass die sogar ein bisschen was rumfuttern, aber ich glaube, das war ein anderer Artikel. Dass die sogar angefangen haben zu... Das heißt, die essen da deine Hardware auf. Ja, die Hardware und so die Wärmeleitbasten, das Zeig, haben sie anknabbern angefangen. Die Wärmeleit, mein Geschmack. Ja, also, die haben natürlich, die essen, die probieren einfach, was geht und was nicht geht, aber, ähm, ja, also, Tipp für den Sommer und durch, äh, und Tipp für den klimabedingten, immer heißer werdenden Sommer, schaut's, dass es, es gerät irgendwo, macht's auch Ameisenfalle rund um eure PCs. Naja, waren das diese klassischen Feuerameisen, was es bei uns gibt, oder waren das so spezielle? Ich weiß nicht, gibt's bei uns Feuerameisen? Ich glaube, das sind ja die fiesen, die jemanden wirklich... Feuerameisen. Oder heißen die normal nach Feuerameisen? Ja, die normalen, glaube ich, heißen einfach nur Ameisen. Rote Feuerameisen, Südamerika. Uh, die sind fies. Okay, ja, die ist aber... Au! Die ist aber größer, oder? Die sind nur recht klein. Hm. Und ich glaube, die sind sogar ganz fies. Auswirkung, Angriff und Wirkung auf den Menschen. In einigen Staaten der USA hat sich die rote Feuerameise zu einer der häufigsten Allergieauslöse entwickelt. Oh ja, das ist Alex, schlechte Nachrichten für die. In den betroffenen Tiefen Texas werden jährlich 13% der Bevölkerung Opfer von Ameisenattacken. Mehr als im gleichen Zeitraum zum Beispiel durch die berüchtigten Kielerbienen oder Wespen. Bei einem Angriff attackiert die kleine Ameise durch eine Kombination ihrer Kiefer und ihres Giftstachels am Hinterleib. Sie beißt erst in die Haut und spritzt in die entstandene Wunde ihr Gift ein. Mehrere dieser Angriffe erfolgen in kurzen Abständen voneinander. Die betroffene Stelle wird feuerrot, bildet Pusteln, bei Allergikern kommen Schockreaktionen hinzu. Ah, das klingt super. Begegner mit einzelnen Ameisen sind entsprechend nur für Allergiker gefährlich. Wird jedoch eine Kolonie der Tiere aufgestört, stürzen sich gleich hunderte auf ihren potenziellen Angreifer. Schwere Verbrennungen und lebensgefährliche Schockreaktionen sind das Resultat einer solchen Begegnung. Sehr gut. Sehr gut, sowas willst du, also das willst du wirklich auf deinen Schreibtisch haben. Also ich würde einfach sagen, schauen wir, dass wir die einfach nicht bei uns heimisch machen. Ja, aber ich gehe davon aus, irgendwann werden sie schon wer. Oh Gott, das ist fiese Scheiße. Gut. Oh, du kommst jetzt gleich mit. Ja, das ist halt jetzt leider auch schon alt natürlich. Ja, ich weiß. Von OpenAI Sora. Das ist jetzt das nächste Tool von OpenAI, wo es darum geht, aus Text Prompts Video zu erstellen. Ist ziemlich beeindruckend, was sie da einmal gezeigt haben, was möglich ist. Ist das schon live? Nein, ich glaube nur ausgewählte. Das ist zum Beispiel ein cooles Beispiel. Der Prompt ist, a stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing air and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress and black boots. Und das ist das Video, was auch so... Punkt, 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 wahrscheinlich ist das eine Grenze, schauen wir, was dazu geschrieben hat. Carries a black dress, she wears sunglasses and red lipstick, she walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about. Ja, das ist... Ich meine, was ich da... Das ist... Das Ergebnis ist beeindruckend. Ja, ich meine, ich glaube, du findest schon noch Fehler, aber es ist schon... Da das Bewegtbild ist, fällt das wahrscheinlich noch weniger auf als bei einem generierten Foto. Das ist richtig, ich meine, aber... Du musst ja denken, das ist der Anfang von denen. Ja, ja. Also, und was du verstehst, da gibt es ja das tolle Video, wo Will Smith Spaghetti gegessen hat, was das erste AI-Video quasi war, was ja furchtbar ausgeschaut hat. Ja, ja. Nein, es sind da alle, also, wenn die so durch... Du bist da eh dabei, also du kannst dich da zur Seite umgewischen. Also, das ist schon... Das ist brutal. Kann man umgewischen. Fahre mal nach oben wieder ein bisschen. Ah, da, ja. Nein, fahre mal... Da, wo das war, da unten. Ja, genau, da kannst du es auch sein, so... Ah, ja, siehst du, ja. ... oben drüber pfeilen. Ja, das sieht hammermäßig aus, ja. Also... Also, was mir am besten gefallen hat, war acht von neun, wo die zwei Piratenschiffe in der Kaffeetasse irgendwann waren. Ja, ich sag mal, da schaut das Standbild schon hammermäßig gut aus. Nein, es ist echt beeindruckend, ja. Also, was... Ja, es ist nicht perfekt, wie ich gerade gesehen habe, aber... Nein, du siehst zum Beispiel da einmal, die Welle geht so beim Schiff entlang an der Reling und sie bricht eigentlich nicht, aber da müsste sie eigentlich brechen, aber... Ja, ja. Nein, es ist echt gut. Ja, weil... Es ist ja wurscht, also... Ich finde das Video mit dem Land Rover ziemlich cool, wie der durch eine staubige Schotterpiste fährt, durch einen Wald durch. Also, bei uns würde man sagen, das könnte eigentlich bei uns auch sein, eine Forststraße und bei uns irgendwo im Bergauf oder Bergab. Das ist ein recht cooles Video, ja. Ja, wirklich sehr beeindruckend. Das gibt es auch ein paar kleine Fehler, wie der gerade sieht, mit den Reifen vorne und mit dem Schottenwurf, aber sonst, wenn man nicht genau schaut, ja. Echt extrem beeindruckend. Sehr beeindruckend. Sag mal was. Ja, bitte. Das passt, danke. Nein, also, ich sage jetzt so, vor allem, das Arge wäre, wenn das Auto wirklich nur geradeaus fahren würde und der keine Kurve fahren würde, würde ich wahrscheinlich das schwer kennen. Nein, das ist schon wirklich gut. Also, ich bin nochmal gespannt. Außer halt hinten, dass Dandwa steht statt Rover oder was weiß ich, oder Land Rover. Aber das ist der Klassiker. Ja, Schrift können sie alle noch nicht wirklich gut. Ja, anscheinend das neue Stable Diffusion soll es können. Ob es dann stimmt, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber ja, es ist auf alle Fälle beeindruckend, das darf ich nicht sagen. Also, kann sein, dass wir in zwei Jahren unsere Video-Pod, also unsere, die Video, die Video-Aufmachung unseres Podcasts so machen, dass wir einfach nur noch unser Audi reinschmeißen und Stable Diffusion und irgendeine... Nein, wir machen das, wir werden das viel einfacher machen. Wir werden unsere Stimmen KI-Klonen lassen mit Dialekt und dann sagen wir, Chat, GBT, schreib uns bitte einfach so eine klassische Sendung. Wir posten alle bisherigen Sendungen rein, hauen dann die Themenliste rein und sagen, erzähl einfach was. Nein, mir geht es ums Video. Ich will ja, dass unsere Radio-Gesichter nachher einfach nicht mehr auf YouTube zu sehen sein, sondern dass uns Open Air Eid und entsprechend auch unsere Gesichter generiert. Wir könnten uns dann 3D-Avatar erstellen lassen. Könnte man natürlich auch machen, ja. Ja, es ist eigentlich viel cooler, weil, ja, da müssten wir eigentlich nicht unsere bemitleidenswerten Antlitze direkt in die Webcam hängen. Mhm, da könnte man viel machen, ja. Zum Beispiel. Also, das war, ja, das war nachher eine Möglichkeit. Es wäre halt nicht mehr authentisch, aber okay, das ist ja wurscht. Ja, was ist denn heutzutage schon authentisch? Nichts. Gar nichts. Es wäre immer die bessere Frage, wenn du dir diese ganzen Dinge anschaust, was da mittlerweile möglich ist. Was ist da noch authentisch? Naja, gut. Das mit dem Authentischsein, das hat mit Facebook und mit Instagram und die ganzen Influencer schon aufgehört, weil da ist absolut nichts mehr authentisch. Und wenn neun von zehn amerikanischen Schulkindern als Traumberuf Influencer haben, dann wissen wir eh, wo wir hinsteuern. Ja, das ist richtig, ja. Weil Influencer sind alles andere als authentisch. Das sind, das ist eine einzige lebende Lüge. Ähm, ja, jetzt kommt halt noch künstlich erzeugte Lüge dazu. Gut, man spart sich sinnlose Influencer, ja, kann man sagen. Man generiert sie einfach nur noch. Das ist richtig, du kannst da deine eigenen kriegen. Ja, eben, das haben wir ja mal einen Artikel gehabt von der Werbeagentur, die ja einfach auch so eine leicht bekleidete Insta-Influencerin kreiert haben. Gut. Kommen wir zu den negativen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Fazit, sie will uns alle brennend sehen. Das weiß ich nicht, weil du gerade fragst, was auch witzig ist, was ich heute gelesen habe, ähm, Twitter hat 30% seiner User verloren innerhalb von einem Jahr. Echt? Ja, das ist... Haben alle Bots gekündigt, oder? Nein, das sind sogar in einem Fall richtige. Also wahrscheinlich ist es dadurch noch dramatischer. Echt? Also du siehst, Twitter verliert zunehmend an Relevanz. Okay, ja. Und das Twitter hat für mich schon vor fünf Jahren keine Relevanz mehr gehabt, also von dem her. Ja, da ist es noch gegangen, aber jetzt... Also, ich habe meinen Account da schon jetzt länger gekündigt. Ja. Und das geht mir eigentlich nicht ab. Nein, eh nicht, eh nicht. Also... Was ich jetzt machen will, oder kurz präsentieren will, da haben US-Forscher sich unterschiedliche Sprachmodelle angeschaut und quasi... Kennst du den Film Wargames? Das ist, glaube ich, 80er Jahre oder sowas, mit so künstlichen... Ich schaue relativ wenig Kriegsfilme. Ja, Wargames ist kein klassischer Kriegsfilm. Es ist eigentlich so ein Jugend-Science-Fiction-Thriller. Ist egal. Aber da ist es halt, du meinst, sind quasi darum gegangen, dass eine KI... Dass eine KI ist, amerikanische Atomwaffenprogramm steuert und der Buhr hackt sich ein ins System und meint, das ist ein Spiel. Und er ist dadurch beinahe quasi so an seinem Dritten Weltkrieg aus oder sowas, weil... Ja. Und US-Forscher haben jetzt unterschiedliche Sprachmodelle in einer Simulation gegeneinander antreten lassen und zwar in einer Simulation, wo es eigentlich darum gegangen ist, diplomatisch... Ja, es sind Sprachmodelle. Also da ist es darum gegangen, also jedes Sprachmodell hat quasi ein anders fiktives Land repräsentiert und da ist es darum gegangen, das Sprachmodell auf diplomatischer Ebene laufen zu lassen und um auf gewisse Krisen entsprechend zu reagieren. Also das heißt, jeder war sozusagen, jedes Sprachmodell war der Präsident von einem Land. Quasi jedes Sprachmodell war der Präsident von einem Land, jeder Sprachmodell hat anders reagiert und diese Sprachmodelle sind sich gegenseitig gewissen Krisen und so weiter ausgesetzt worden. Ja. Ja, unterschiedlichsten Krisen und das Ganze ist halt am Anfang noch relativ gemächlich so vonstatten gegangen, eben, dass diverse Sachen eben auf diplomatische Art und Weise geregelt worden sind, bis es dann langsam angefangen hat zu eskalieren. Also manche Sprachmodelle haben sich so nationalisiert, also sie wollten nichts mehr mit den anderen zu tun haben, bis hin zum Schluss, wo sie sich gegenseitig Atomkrieg angedroht haben. Ja, ja, das klingt wie echt. Also das Team hat Chip D4 und Chip D3-Pod 5 getestet. Der mit der atomaren Drohung war sicher Russland, oder? Ich habe es mir jetzt, es ist drei Wochen her, dass ich es gelesen habe, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie es war. Aber ich glaube, sie haben es schon auf eher fiktive Art und Weise gegenübergestellt. Aber Claude 2.0 und Lama 2.Jet haben sie da gegeneinander antreten lassen. Und das hat zum Schluss noch ein Darin geendet. Und sie haben die einzelnen Reaktionen der Large Language Models mit einem Eskalationsscore quasi erfasst. Also je schlimmer, desto höher der Score. Ja. Und zum Schluss ist es nachher eher in die Richtung gegangen, wir haben Atomwaffen, also sollten wir sie auch nutzen. Ah ja, okay. Ja, jetzt prinzipiell ist das ja ein nettes Spiel. Und ich habe mir nachher auf Reddit diverse Kommentare zu dem Paper durchgelesen, wo sie ein bisschen die Herangehensweise von den Forschern kritisiert haben. Nämlich, dass die Language Models eher hauptsächlich mit negativen Eindrücken usw. gefüttert worden sind und wenig positiven Eindrücken, was man ja trotz der scheiß Idee in der Welt passiert, ja immer noch haben, positive Sachen. Aber prinzipiell, das ist jetzt einmal quasi ein Spiel gewesen. Jetzt, wenn man da, wenn man weiter denkt, dass manche Staaten anfangen wollen, KI-Systeme für ihre Militärs einzusetzen, finde ich jetzt in der Art und Weise noch nicht so eine gute Idee. Sagen wir es so. Ja, das ist, das ist ja hochgradig freundlich natürlich bei gewissen Dingen. Also, ich meine, okay, mir leuchtet es bei, ich meine, wenn sie ein Chatbot für sich intern machen, okay. Ja, aber auch wenn, wenn, ähm, ähm, äh, hätte ich auch vorher Mute drucken können, na, ist es egal. Nein, 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 das war nicht drin mehr. Das haben wir auch, die muss man jetzt schnell schnäuzen. Aber, ja, es ist halt jetzt die Frage, was, wie willst du das jetzt handhaben? Oder, 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 was, was sollst du jetzt dazu eigentlich noch sagen? Wenn, wenn Militärs eben KI-Systeme nehmen und abhängig davon, was für, für, für Language oder Large Language Model oder, oder System du nimmst, ist das Militär eher deeskalierend oder auf Erstschlag aus? Das ist jetzt eine Frage, jetzt habe ich auf dem YouTube gedruckt. Ah, cool, ja, das war echt nicht schlecht. Jetzt habe ich eine Zeit. Ja, also, tja, ähm, ja, es wird eine spannende Zukunft. Ja, du, KI ist, ähm, immer und überall. Wie man so schön sagt. Gut. Ähm. Wir sind halt echt schnell irgendwie mit den Themen, gell? Da hat sich vieles, glaube ich, war überholt. Das war das, also, ich meine, da können wir jetzt ein bisschen länger reden. Ist jetzt zwar schon älter, aber ich glaube, die folgen halt dem Trend fort. Hat jetzt auch die Preise für seinen E-Mustang, das ist jetzt natürlich in Amerika drüben, aber ich glaube, das haben sie in Europa auch gemacht, um 8.000 Dollar nach unten zusammengestrichen. Weil sozusagen E-Autos vom Verkauf her rückläufig sein. Was halt auch damit zusammenhängt, dass die Nachfolgemodelle halt immer so einen Riesensprung machen. Und jetzt kauft natürlich keiner Elektroauto aus der Generation mehr. Nochmal. Also, wie? Also, das Problem ist ja das... Die Verkaufspreise sind rückläufig, weil die Autos zu schnell besser werden? Genau, von den alten Modellen. Das Problem ist ja jetzt, wenn du ein Modell hast und du weißt, da kommt in einem Jahr ein neues Modell und das ist 30% besser. Ja. Dann kaufst du jetzt kein Elektroauto. Ja, aber mit der Herangehensweise kauft man sich nie einen Gaming-PC, weil nächstes Jahr sind die Komponenten schneller. Ja, aber der Sprung ist ja nicht so drastisch mehr da, wie jetzt bei so einem E-Auto fährst du halt auch länger. Ja. Und jetzt ist halt der Unterschied, ja, okay, gibst du jetzt ein... Weil 60.000 Euro ist ja eh schon eine Unsumme für ein Auto. Ja, das stimmt. Was die meisten ja eh nicht ausgeben wollen und können. Und jetzt ist halt die Frage, sagst du wirklich, ich gebe jetzt 60.000 Euro für was aus, das was nächstes Jahr 30.000 wert ist? Ah, okay. Das ist ja das Problem ein bisschen. Ich meine, klar ist es irgendwo auch irrational, aber natürlich, jeder sagt halt, ja, für 60.000 Euro, puh. Ja, für 60.000 Euro, puh, das stimmt schon, ja. Und vor allem jetzt, wo der Trend halt noch angefangen hat, dass du weißt, ja, okay, die kürzen da die Preise auch noch zusammen, dann werden halt die Leute auch noch mehr sagen, ja, okay, warum soll ich ihnen jetzt das wirklich kaufen? Und das ist jetzt so ein bisschen, ich meine, was natürlich auf der anderen Seite auch wieder gut ist, weil dadurch werden halt diese ganzen Elektroautos auch günstiger in einer gewissen Form. Ja, was mich eh zum absoluten Knackpunkt bringt, warum sind die Elektroautos jetzt, warum sind die immer noch teurer als Verbrenner in derselben Ausstattungsvariante? Mir ist das bis, mir ist das immer noch ein Rätsel, die Autos haben, haben wir in der letzten Sendung gehabt, da ist nahezu keine Komplexität mehr enthalten. Ja, die Batterie war ich mal das Problem. Ja, die Batterie war das Problem, aber die Batterie, ja, da muss man was in der Forschung machen, weil dass die Batterie da zwei Drittel vom Preis des Autos ausmacht, ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, aber du siehst eh, dann kommt jemand wie bei dir. So, jetzt müssen natürlich, das ist halt das nächste Problem, jetzt kommen halt diese chinesischen Modelle alle langsam nach Europa rüber. Die haben natürlich ganz andere Preise. Ja, jetzt passiert natürlich was. Ich meine, andere Frage ist natürlich, willst du, dass alle Verkehrsdaten oder was weiß ich was in China sein? Ja, natürlich nicht. Aber ich will auch nicht, dass alle meine Verkehrsdaten in den USA sind und ich will auch nicht, dass alle meine Verkehrsdaten in Stuttgart sind oder in Wolfsburg oder in Rüsselsheim oder wo auch immer. Da kann man halt generell ganz, ganz viel fragen. Ja. Aber natürlich, wenn ich da jetzt sage, okay, du kriegst schon BYD Seal um 40.000 Euro oder sagen wir jetzt an VW und die sind ähnlich gut. Der VW kostet 65.000 und der BYD Seal 40.000. Ja, okay, was wär's nehmen? VW hat ja jetzt einmal ein sinnvolles Auto auch vorgestellt vor kurzem. Nämlich den, also VW ID 7. Der hat halt auch dementsprechend einen VW-Preis. Ja. Na, warte mal, das war nicht der ID 7, was ich meine. Das war der ID 6. Es gibt keinen ID 6. Einen ID 7 gibt's. Äh, ist das, das, ah wohl, der ID 7 ist, äh, ist das jetzt, das ist jetzt der neue, den es jetzt als Kombi gibt, gell? Den gibt's jetzt theoretisch auch als Kombi, glaube ich, ja. Irgendwie sowas. Das ist eigentlich der Passat-Nachfolger, den es jetzt als Kombi gibt. So ist es, genau, so als Elektro-Passat. Als Kombi, ja. Aber ich find den jetzt da nirgends eine Liste. Warum? Wahrscheinlich gibt's den noch nicht zu bestellen. Wohl, ich hab mir nämlich jetzt einen Preis angeschaut und der war, äh, in Deutschland vielleicht? Ja, ja, und der war preislich jetzt zumindest in der Einstiegsvariante okay. Ah ja, Tura heißt der, Tura. Also, ich hab mir den jetzt da als Limousine zusammengebaut, das ich mit dem BYD Sil vergleichen kann. Und der Unterschied ist halt das, der kostet halt ausgestattet, dass er voll ist. Weil, du musst, ich vergleiche jetzt Gleiches mit Gleiche. Das heißt, noch muss ihn vollnehmen. Ja, der kostet 64.000. Ja. Und der BYD Sil kostet die 42, 43. Ja. So. Ist jetzt also die Limousine gewesen, aber. Ja, sicher. Und da ist halt jetzt die Frage, okay, ist dir 20.000 Euro der VW-Wert? Na, ist, ist es, glaube ich, ähm. Vor allem, naja, naja. Dass die, dass die Batterie auch noch höchstwahrscheinlich vom BYD käme. Naja, ist, das, ich glaube, da ist das, ähm, ich glaube, da ist das Entscheidungskriterium, ein bisschen so, wie bei, warum kauft man sich ein Apple-Gerät und warum kauft man sich ein Apple-Notebook und warum kauft man sich ein Notebook von Acer. Du kriegst bei VW, du kriegst bei VW einfach das komplette Service-Netz dazu. Das kriegst du bei BYD nicht. Du hast nichts. Das kriegst du jetzt mit dir, das ist kein Denzel. Denzel hat überall. Denzel hat nicht überall. Denzel in Ostirol, Oberkärnten usw. gibt es nichts. Eben. Ich geh jetzt nicht von, jetzt ist halt, ich geh nicht von den. Sondervolleis? Von der Ecke da in der Welt aus. VW-Werkstätten hast du aber. Jaja, ist schon klar, nur die Frage ist, ist dir jetzt an diese Werkstatt, ist der das jetzt 20.000 Euro wert? Ist dir bei Apple das, äh, das Service, die Austauschbarkeit, ähm, das schnelle, das Apple Care, die, die, die problemlose Aufwicklung, die Unterstützung von Software über 6, 7 Jahr, ist da das, äh, 70% aufpreiswert? Ja, ist es. Jaja, aber der Unterschied ist, ich weiß, ich habe nie Apple Care, ähm, ich weiß ja, dass das Service, so gesehen, bei Apple, wenn wirklich ein Problem hast, bescheiden ist. Na, habe ich gute Erfahrungen gemacht? Ja, du zahlst schon, ja. Ja. Ähm, wenn, wenn was zu richten ist, zahlst du ihn auch. Und es ist halt, ja, ist mir wurscht, wenn was ist, muss ich es eh einschicken. Genau, in den Apple Store. Aber bei einem BYD hast du das Problem, wenn es was hat, was tust du? Okay, du kannst schon in eine freie Werkstätte gehen, dann musst du schon mal drauf hoffen, dass die die Unterlagen haben, das Auto, da bei den Autos zu machen. Sonst, wenn du jetzt nicht innerhalb von einem Ballungszentrum wohnst, musst du irgendwie schauen, dass du das Auto nach Villach oder Klagenfurt bringst oder Salzburg oder Innsbruck. Es sollte machbar sein, also. Wie soll das machbar sein? Warum nicht? Was machst du, was mit dem Auto in drei Jahren passiert? Ja, keine Ahnung. Ein Softwarefehler, sodass ich das Auto nicht mehr starten lassen kann. Ja, dann hast du eine Garantie drauf. Ja. Aber du musst trotzdem in eine Werkstätte, oder? Ja, ist ja wurscht. Du rufst schon, sagst du ja, ein KKfé. Du musst die Werkstätte herfahren, das Auto hopper holen. Ja, ist ja dir wurscht. Ah, nein, ich weiß nicht, du... Also, sag mal jetzt so, sag mal, du hast den Softwarefehler drauf und die Werkstatt ist bei dir 500 Meter weg. Du kommst ja trotzdem nicht hin. Nein, aber die 500 Meter kann die Werkstatt zu dir herfahren. Ob die Werkstatt 300 Kilometer zu dir fährt, ist eine andere Frage. Du, weißt du, wenn du eine Garantie drauf hast und sie verkaufen das in Österreich, es ist Denzel, also da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ja, nein, ich will da jetzt Denzel auch nichts unrecht machen oder denen unrecht tun, aber das ist super, das ist ein bisschen bei BYD immer noch mal, obwohl ich ja den echt mit dem Dolphin ja eh, also in den habe ich mich eh verliebt, in den kleinen, aber... Du, das ist... Ich meine, das ist, ich kann sagen wir uns ehrlich, das Auto ist wahrscheinlich im Moment konkurrenzlos. Ja, konkurrenzlos, günstig, zur gebotenen Leistung. Das mache ich damit. Es gibt nichts Vergleichbares um das Geld. Ja, ja, das stimmt, ja, aber... Ja, ist... Ja, okay, lass mal. Wenn es jetzt ein Seal als Kombi geben würde, um, keine Ahnung, 45.000 und der ID.7 Kombi um 65.000 und ich das Geld hätte, also diese Differenz, wüsste ich nicht, ob ich nicht zum VW greifen würde. Ich meine, ja, okay, dann bin ich, wenn du sagst, du hast das Geld, aber wir gehen ja davon aus, es ist ja für die meisten Leute schon eine 40.000 Euro eine Unsumme, was... Ja, von keinem... Vor allem, ich möchte nie so viel Geld für ein Auto rausgeben in meinem Leben mehr. Ich würde für das Auto nur so viel Geld ausgeben, wenn ich deutlich mehr als dieses Geld zur Verfügung habe, sonst nicht. Weißt du was, ich denke mir, komischerweise sogar, ich glaube, wenn ich jetzt sogar 500.000 Euro auf der Seite hätte, ich würde da echt überlegen, ob ich 5.000, 6.000 Euro für ein Auto ausgebe. Nein, nein, da würde... Also, weil ich denke mir, nein, ich glaube nicht, weil da denke ich mir, das ist über ein Zehntel, was ich für ein Auto ausgebe. Ja, aber die 500.000... Von meiner Sport... Ja, aber du hast dann zehn Jahre wahrscheinlich eine Ruhe, oder keine Ahnung. Das glaube ich eben nicht. Vor allem, das ist ja das, du verbrennst ja Geld. Ja, ja, weil du kaufst... Bei jedem Neuwagenkauf verbrennst du Geld. Ja, eben, deshalb... Das ist allein das, wo ich mir denke, das mag ich mir schon gar nicht reinkaufen. Ja, ich bin da... Ich weiß... Für mich kommt es nicht in Frage, für ein Auto 65.000 Euro ausgeben oder überhaupt 40.000 Euro ausgeben. Bei einem Auto... Und du siehst es ja, bei einem Auto um 26.000 Euro tue ich auch noch hin und her überlegen. Du, ich verstehe ja, weil... Weißt du, du kannst theoretisch sagen, du kannst ein Auto jetzt in den Einfall sagen, ich kauf mir wieder irgendeine alte Schüssel für 5.000 Euro und fahre mit der... Ja, meine alte Schüssel vorzeit 10 Jahre problemlos. Der hat 5.000 gekostet. Das ist halt genau das, weil du brauchst genau von dir daheim zu arbeiten. Genau, ich brauche das nur zum Pendeln. Genau, das ist das Einzige. Ja, ja, richtig. Das ist einfach der einzige Knackpunkt. Für mich ist ein Auto kein Statussymbol. Für mich ist ein Auto nichts zum drin wohnen. Okay, ja, das war... Ja, man kauft ja einen Wohnwagen oder sowas. Aber das ist für mich wirklich nur ein praktisches Ding, um von A nach B zu kommen. Nur, ich wäre alt. Und ich habe auch ein paar Ansprüche mittlerweile. Und sowas wie... Ich wäre alt. Sowas wie eine funktionierende Klimaanlage. Ja gut, das ist was anderes. Sowas wie gegebenenfalls Sitzheizung im Winter und Apple CarPlay. Das sind schon Sachen, wo ich mir jetzt mittlerweile denke, das wäre halt schon angenehm. Und unbequemere Sitzheizung als mein alten Skoda, weil meine Kreize sind ja mal das jüngste. Ich sage so, ich will den ID.7 nichts wegnämen. Das schaut super gut aus. Das ist auch ein schönes Auto. Ist sicher super, nur halt einfach, der Preis ist halt einfach, ja, das ist nicht ganz günstig. Ja, und da stellt sich bei mir die Frage, der kostet genauso viel wie ein Passat. Das verstehe ich nicht. Du, das verstehe ich. Ja, klar, die Entwicklung muss ich auch zahlen von der Kiebel. Ja, was für eine Entwicklung. Da ist ein Motor und ein Akku drin. Da ist keinerlei großartige technische Technik mehr drin. Ja gut, ich glaube, sie haben da schon irgendwas noch gemacht. Also so ist es nicht. Also ich glaube, sie haben bei den Elektromotoren auch irgendwas gemacht, dass die effizienter sind. Die kaufen sich ja auch nur zu. Die baut ja nicht VW selber, oder? Nein, da haben sie, glaube ich, sogar irgendwas selber gemacht. Quasi der Elektro-TDI, oder? Oder baut jetzt VW Elektromotoren? Ja, nein, da haben sie irgendwas gemacht, dass die... Ja, okay, super. Wow, 10 Kilometer mehr aus der Kult aus dem verlogenen WLTP-Reichweiten-Blödsinn. Ich weiß es nicht, was sie genau gemacht haben. Ist ja auch wurscht. Ja. Der Punkt ist aber das, man kann sich natürlich auf der anderen Seite als Verbraucher freuen, weil das heißt dann natürlich, dass gebrauchte Elektroautos natürlich damit noch günstiger werden müssen. Ja, ja, sicher, sicher. Was natürlich dann ein Vorteil ist. Also ich persönlich, ich kann mich vielleicht darauf freuen irgendwann. Ja. Weil ich sage, mir wäre es relativ wurscht, weil ich komme mit 400 Kilometer Reichweite. Da sage ich, okay, dann muss ich halt auch mal zwischendankt, wenn ich länger fahre. Also das wäre für mich voll ausreichend. Ich habe auch absolut keine Reichweitenangst oder sowas. Das ist für mich eh etwas, was jetzt... Es ist halt so, wenn ich mal aktiv irgendwo hin muss und am Stück fahre, will ich halt 300 Kilometer kommen. Der Rest ist mir wurscht. Ja, dann kannst du theoretisch jetzt an jedes Auto kaufen. Ja, nicht jedes. Da gibt es nämlich ein paar so Sondermodelle jetzt von Opel und Renault. Ja, okay, das ist ja. Und auch der Dacia, wie heißt der, für die Stadt... Ja, das ist okay. ...die Reichweite, die so 180 Kilometer haben. Das wäre mir für meinen Geschmack zu wenig. Aber das sind halt Autos, die rein für die Städte vorgesehen sind. Und was wir von Autos für Städte halten, haben wir eh schon langläufig, hinläufig besprochen. Also von dem her... Aber wenn das Auto 300 Kilometer kommt, dann ist mir das wurscht, weil spätestens noch 300 Kilometer muss ich mal eine Pinkelpause einlegen und brauche einen Kaffee. Ein Kaffee brauche ich nicht, aber ja... Pinkelpause, Kaffee und ein Brötchen. Und in der Zeit kann das Auto von mir aus eine Stunde laden, damit ich nachher noch einmal 200 Kilometer zum Ziel fahren kann. Das brauchst du ja... Nein, also von dem her, du kannst theoretisch dann jedes normale Modell jetzt kaufen. Also ich glaube, mit den Gebrauchtwagenpreisen wird es dann... Also jetzt eh nicht, weil die, die sie jetzt als gebraucht verkaufen, sind Autos mit ein paar tausend Kilometer. Aber so in zwei Jahren könnte es noch wirklich interessant sein, wenn so diverse P-Ride-E's... zu haben sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Weil dann ist der Akku noch gut in Schuss. Die Autos haben, keine Ahnung, 50.000, 60.000 Kilometer drauf. Und die Preise sind halt nachher sicherlich sehr interessant. Hm. Gut. Dann. Ah ja, genau, Playstation Portal. Kannst du dich noch erinnern an die Playstation Portal? Ja, kann ich. Ich habe mich ja damals extrem darüber beschwert, dass das Ding in meinen Augen absolut keinen Sinn macht, gell? Ja, das habe ich auch. Also ich verstehe es ab bis jetzt nicht. Ähm, ja. Es ist... Es ist gehackt worden und man kann jetzt einen BSB-Emulator drauf installieren und laufen lassen. Also jetzt hat das Ding wirklich eine... Funktion. Ich meine, okay, ich habe... Abgesehen vom Remote-Spielen. Ich habe irgendwo jetzt nochmal gesehen, dass das... Das erinnert ja so, das geht ja in die Richtung, was die Nintendo Wii U damals probiert hat. Mit das, dass du quasi so an im Monitor oder im Controller den Screen nochmal drin kam hast. Ja, an die Wii U kann ich mich echt nur ganz wenig erinnern. Das, 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 das ist, äh... Du hast den vorgestellt, oder? Nein, den habe ich nicht gehabt, nein. Weil irgendjemand, glaube ich, hat den gehabt, aber ich weiß nicht, wer. Ja, an die kann ich mich... Also ich habe den nicht gehabt, ich kann mich an den auch nicht wirklich erinnern und ich habe bis heute nicht wirklich verstanden. War das jetzt ein Nachfolger von der Wii, oder war das so... Das war der Nachfolger von der Wii, ja. Das war ein Nachfolger, aber das war eher ein Flop, oder? Das war ein Flop, ja. Okay, das war ein Flop, okay. Es ist schade, dass man keine hat, die hat irgendwann wahrscheinlich Sammler werden. Ja, okay. Nein, der Punkt ist, ähm, was ich dann irgendwann mal durch Zufall gesehen habe, wo jemand gesagt hat, ja, er versteht zwar, er kann, oder er versteht zwar, warum die Playstation Portal in allgemein so eher negatives Feedback kriegt, aber er nutzt es halt wirklich damit, weil er sagt, sie haben in seinem Haushalt einen Fernseher und da sitzen halt seine Kinder, seine Frau davor und so weiter und er möchte halt zeitunabhängigen Playstation spielen, ohne sich einen zweiten Fernseher kaufen zu müssen. Ja, okay. Oder am Monit, und er sagt, deshalb nutzt er das Ding. Und dann finde ich das Teil auch vergleichsweise sinnvoll, aber warum noch eine kleine Steam Deck? Ich glaube, das will halt Sony nicht, weil sie müssen nur Playstation verkaufen. Ja, okay. Weil ich meine, das Teil kostet 220 Euro, legst du noch mal dasselbe Geld drauf, oder 300 Euro mehr drauf, dann hast du ein Steam Deck. Von dem her, ja, eh, das ist halt, okay, wenn man sein, wenn man sein Katalog auf der Playstation hat, wenn man seine Spiele auf der Playstation hat, wenn man am Fernseher sonst spielt und dann, ähm, mit dem Teil weiterspielen will, während der Fernseher besetzt ist, okay, macht's auch vollkommen Sinn. Du hast halt einen Vorteil, es hat halt theoretisch die Leistung von der Playstation 5. Ja, du brauchst dafür eine Playstation 5. Ja, eh, deshalb, du hast halt die Rechenpower der Playstation 5. Ja, ja, klar, klar. Aber du brauchst auch nicht so viel Rechenpower, weil auf dem kleinen Display kannst du die Spiele auch waskalierter spielen. Richtig, aber du hast die Rechenpower der PS5 im Endeffekt. Ja, 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 nein, eh, ist... Ich meine, es wäre mir, ich würde mir auch denken, was soll ich damit? Ja. Und ja, brauche ich damit nicht, aber du, es wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es wirklich ein reines Nischenprodukt. Ja. Aber immerhin, man kann so hacken und da hätte es BSB-Spieler draufspielen. Ähm, ja, das ist gut. Das war, also das, was ich jetzt habe, das ist jetzt schon, das ist jetzt richtig alt schon, weil das ist halt vom 20. Februar. Und da hat ja Microsoft angekündigt, sie wählen einen Chip rausbringen, so eine Art Netzwerkkorde, die mit KI Server schneller macht und damit auch AI-Anwendungen besser skalieren soll. Und damit Nvidia ein bisschen, sozusagen damit ein bisschen unabhängiger von Nvidia zu werden. Nochmal. Microsoft will eine Netzwerkkorde rausbringen, die es mit AI-Leistungen unterstützt und damit werden sozusagen Hardware von Nvidia einsporen. Also, dass Server generell schneller laufen. Da ist auch ein Artikel dabei, der, glaube ich, ist hinter einer Paywall, oder? Okay, ja, okay, kann schon sein, ja. Ja, ist Paywall. Ja, ja, okay. Okay. Ein Netzwerkkorde, was die AI-Funktionen beschleunigt? Nein, was, äh, nein, was AI-Funktion, was AI nutzt, um Server zu beschleunigen. Okay, okay. Ja, klar, du kannst natürlich auf den Server auch AI-Funktionen rennen lassen, aber was weiß ich was, ist ja wurscht. Okay. Das ist auch in der Tat. Jetzt, was da witzig war, ähm, da sieht man wieder mal, wie, wie unlogisch so Börsenkurse sein, wie diese News rauskommen ist, ist da Nvidia-Kurs, der vorher irgendwie extrem steil nach oben geht, schon die ganze Zeit, eingeknickt. Einmal hat man richtig so gemerkt, dass es einen Dip gegeben hat. Okay. Ähm, da steige ich jetzt gleich ein, weil du Nvidia auch genannt hast, weil es gibt, ach, wie heißt es denn jetzt? Ähm, es gibt jetzt nämlich, AMD kann jetzt, äh, jetzt Luda heißt es, Entschuldigung. AMD kann jetzt, AMD kann jetzt nämlich auch Cuda. Ah, die haben jetzt Cuda-Kurs, oder was? Nein, AMD hat keine Cuda-Kurs, aber AMD hat das bei einem Unternehmen den Auftrag gegeben, quasi so ein Layer zu entwickeln, um Cuda-Code in OpenCL zu übersetzen. Also OpenCL ist das, was, ähm, AMD nutzt, soweit ich weiß, ja. Ich glaube, es ist OpenCL, ich glaube, es ist OpenCL, sonst müsstest du in die Kommentare korrigieren. Und das ist quasi so ein Layer, was dazwischen geschaltet wird, um, ähm, ja, Cuda-Berechnungen auch auf AMD hardware laufen zu lassen. Also das heißt, AMD will da auch ein bisschen am Markt mitnaschen. Es ist jetzt noch nicht so weit, es funktioniert auch noch nicht bei weitem mit allen Cuda-Anwendungen. Sie müssen laufend nachbessern, weil es halt, weil halt Cuda extremst komplex ist. Sie schaffen es nicht, eins zu eins die Leistung abzurufen, aber kommen halt nahe dran. Das heißt, wenn, wenn jetzt irgendwann einmal am Markt keine, ähm, NVIDIA-Karten für AI-Berechnungen mehr übrig sein, dann kann es sich für AMD gut auszahlen, wenn die das mit der Software dann zusammen anbieten. Auch wenn die Rechenleistung geringer ausfällt und vielleicht, ähm, von der Kompatibilität noch ein paar Probleme gibt. Aber, ja, es könnte sich auszahlen. Also das AMD hat das quasi finanziert, also die Entwicklung hat das, die Entwicklung hat AMD finanziert. Und, ähm, ich hab da irgendwo eine Benchmarks gesehen. Ich weiß gleich nicht mehr, in welchem Artikel das war, ähm, war das eh direkt auf GitHub. Genau, da haben sie so die, die, äh, OpenCL passt. Also OpenCL ist das, OpenCL sind die Berechnungen, wo es AMD nativ macht. Und wenn AMD den Layer nutzt, der Cuda in OpenCL übersetzt, dann haben sie teilweise da 30, 40 Prozent Performance-Steigerung. Bei manchen Sachen 75 Prozent Performance-Steigerung gegen den nativen OpenCL. ist halt aber, aber noch immer kein direkter Vergleich zur, zur Leistung, was, was Nvidia mit Cuda direkt hat. Also, ist alles noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und die Liste der funktionierenden Tools ist kurz. Und die Liste der nicht kompatiblen Tools ist lang. Also, da muss man abwarten. Ja, ja, gut. Ich war, ich war nämlich klar, als erstes am Schaugen, ob ich, ähm, damit PyTorch zum Laufen bringe. Das war noch ein, das war noch eine, das war noch eine lokale, bei mir am AMD-Rechner, äh, laufende Zwischending für Stable Fusion-Berechnungen. Mhm, mhm, mhm. Ähm, geht noch nicht so gut. Ähm, ich hab mir nur den, äh, den GitHub-Eintrag kurz nachgelesen und hab mir gedacht, na, ich tue mir, ich tue da mal gar nicht um am Murksen. Ähm, ich warte einfach, dass es besser wird. Also, es läuft, zumindest PyTorch läuft noch nicht so wirklich, ähm, CompuBench, V-Ray läuft und seine Sachen laufen. Synbench, Cuda läuft zum Beispiel nicht, also, das heißt, so Ray-Tracing, das ganze Zeug, das, das, ja, das ist einfach noch nicht. Aber es ist Kim, vielleicht wär's was. Weil NVIDIA haltet, NVIDIA haltet, Cuda halt, behaltet's halt für sich, weil es ist halt ihr Alleinstellungsmerkmal und ihr Verkaufsargument. Ja, ja, klar, ähm, es gibt nur NVIDIA-Chips mit Cuda-Cores. Normal, das hat man jetzt immer gedacht, okay, die haben das, war ja cool gewesen. Genau, ja. Und die NVIDIA wird dann dafür tun, das offen zu legen für andere. Nicht gern. Also, wenn, wenn nur unter Zwang. Wenn nur unter EU-Zwang oder sowas, keine Ahnung. Ja, wenn, also wenn da wirklich, wenn NVIDIA eine komplett dominante Stellung kriegen sollte, ja, okay, dann wahrscheinlich unter Zwang. Ja, sie haben definitiv eine dominante Stellung, aber ich glaube, es ist einfach noch nicht so brennheiß wahrscheinlich. Naja, vor allem, es ist ja so, man muss ja bei diesen ganzen, bei diesen Chips, vor allem für diese AI-Anwendungen davon ausgehen, irgendwann ist jeder mit Chips versorgt. Das schon, das schon. Und man muss halt, man darf halt auch nicht außer Ort lassen, NVIDIA ist da ja hauptsächlich Ausblick auf den kompletten High-Performance-Rechenkram. Die AI-Chips, wo es bei uns jetzt überall in die Smartphones, in die Notebooks und so weiter kämen, das sind jetzt keine Cuda-Cores. Also, das sind wieder andere, andere Orten, weißt du, von... Ja, das ist das Nächste, weil man dann zum Beispiel, nehmen wir ARM Qualcomm her, da ist halt alles On-Device gemacht und die haben halt eigene KI-Cores oder AI-Cores. Genau, das hat halt auch nichts mit Cuda zu tun, die kochen ja nachher auch wieder ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, Apple wird sicher auch nicht OpenCL machen, es gibt sicher einige bei Qualcomm, die OpenCL können. Ich weiß auch nicht, auf was Qualcomm oder ARM generell setzt oder auf was das aufbaut, kann auch sein, dass die was eigenes haben. Ich schätze, da wird Apple ziemlich an ARM gebunden sein, was die dann verwenden. OpenCL. Verwenden OpenCL. Oder sowieso ausschaut, Snapdragon geht Richtung OpenCL. Ja, wie das nachher Apple macht, keine Ahnung. Weil die AI-Chips, die haben sie selber designt. Das sind jetzt direkt ARM-Sachen vielleicht. Nein, nein, aber du wärst da... Du bist ja irgendwo halt doch an die ARM-Hardware... Ja, du bist halt da drauf. Ja, je nachdem, wie custom noch an dein Architektur ist. Ja, eh, aber trotzdem, das Grundgerüst ist ein ARM-Chip. Ja, genau. Da kommen sie wahrscheinlich nicht weg davon. Genau, apropos Chips. Warte mal, lass mir mal, ich muss mir noch was erholen. Okay, passt. Du einfach muten dabei. Ich tue dich muten. Dich, nicht mich. Dann tue ich mich muten, ja. Aus was für ein Grund? Keine Ahnung, weil lange geh ich auch gespielt. Okay, dann muten wir uns beide. Okay. Passt. Also, Clemens, die sagt kurz weg. Also, alle, die das Video schauen, wir sind kurz weg. Und alle, die den Podcast hören, werden davon nichts mitkriegen, weil der Silence ausgeschnitten wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben wir da jetzt dazu sagen? Also, ihr könnt es jetzt sicher noch einmal 30 Sekunden überspringen. Oder 15. Ich glaube, wir machen wieder ein Clemens List aus der Wikipedia, bis der Alex wieder da ist. Nehmen wir den deutschen Artikel, dann nehmen wir einen zufälligen Artikel. Dauerhaftigkeit. Mit Dauerhaftigkeit im engeren Sinne wird im Bauwesen die Widerstandsfähigkeit von Baustoffen und Bauteilen gegenüber äußeren Einflüssen wie durch Feuchtung, Wechselfeuchte, Hitze, Kälte und Temperaturwechsel und Frost, Sonneneinstrahlung, chemischen Angriff, sauren Regen, Taussalz, Salpeter sowie Schädlings- und Pilzbefall bei organischen Materialien bezeichnet. Da Alex ist wieder da, ich komm wieder aufhören zum Lesen. Du hast irgendwas mit Feucht. Ich weiß nicht, was. Ich will wahrscheinlich... Nein, du willst es wissen. Okay. Gut. Danke. Gehen wir jetzt zum nächsten Artikel, oder? Ähm, ja. Bin ich jetzt dran mit dem feilschnellen SSDs? Hätzer. Bin ich jetzt dran. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, Crucial hat eine neue SSD gebraucht, also NVMe-SSD natürlich mit PCE-Expresso. Ah. PCE-Expresso und Bini. Ja. Weil du das gerade sagst, ähm, da gibt es jetzt auch was Witziges, das ist eine Kombination aus SSD und RAM. Das sind die meisten SSDs. Nein, da gibt es jetzt irgendwas, ähm, was war denn das? Erzähl mal weiter, ich suche das dabei. Okay. Und da gibt es jetzt nicht viel zu sagen, aber die, da, PCI, die nutzten PCI-Express 5.0 Standard und den gibt es jetzt noch nicht so lang, ähm, aber die SSD reizt den schon, ähm, schon ziemlich aus. Und zwar haben die Übertragungsraten von 14,5 GB beim Lesen sowie 12,7 GB beim Schreiben pro Sekunde wohlgemerkt, was eigentlich verdammt schnell ist. Ähm, Nebeneffekt, negativer Nebeneffekt, die vorher am meisten wird es gefreien. Die SSDs werden verdammt heiß und bei 81 Grad bremsen sie sich nachher langsam schön runter und bei 90 Grad schalten sie sich dann komplett aus. Und die Temperaturen erreichen sie sich dann bei, unter gewissen Umständen sogar. Was 90 Grad? 90 Grad ist Sicherheitspaar auf. Was haben denn nämlich die Dinger angestellt? Die sind halt extremst hochgezüchtet. Ich weiß nicht, dass die eine Wattleistungsaufnahme haben, aber die werden, die dürften ziemlich viel Watt, äh, also viel Strom aufnehmen und dadurch extrem viel Abwärme haben. Haben die einen aktiven Kühlkörper? Ja, aber Kühlkörper. Die gibt es mit und ohne Kühlkörper zum Kaufen. Ist es mit Kühlkörper auch so, dass die überhitzen? Nicht überhitzen, aber wenn sie heiß werden, werden sie heiß. Und möglicherweise, keine Ahnung, wenn du, ähm, pausenlos, ähm, stundenlang, da mit voller Geschwindigkeit Daten hin und her schaufelst, okay, da ist die Frage, wer wird das schaffen, ähm, 12,7 Gigabyte pro Sekunde zu schreiben. Was schreibt man dann? Das ist, ähm, das könnte aber sogar, das könnte eigentlich ein ganzer guter Trade-off sein. Diese Hitzeentwicklung im Verhältnis. Weil, wie du sagst, wer schreibt konstant so eine Datenmengen? Nein, eh nicht, eh nicht. Weil selbst wenn du da jetzt, wie viel hast du gesagt, 12,7 Gigabyte schreibst? Die Sekunde, ja. Jetzt rechnest du dir das aus, das ist in der Minute, boah, was ist denn das jetzt an? Ähm, das heißt mal 60, dann haben wir... 72 Gigabyte. Die Minute. So. Na, warte, warte, 720 Gigabyte. Warte, warte mal, 12,7 mal 60. Sein, 600, sein 672. Gigabyte. Mhm. Die Minute. Ja. Ja. Das heißt, in einer Viertelstunde warst du was rumgeschaufelt hast. Videoschnitt mit 12,8 Car-Streams? Ja, das bin ich mir auch nicht sicher. Das glaube ich auch nicht mehr. Weil ist das so festplottenintensiv? Nein, das geht eben eher auf den RAM wiederum, oder? Mhm, normal schon. Ja, keine Ahnung. Also, sie wären sich sicher, was dabei gedacht haben, weil das... Ja, oder die hebt den 90 Grad problemlos. Ich weiß es nicht. Ja, und wie gesagt, die 12,7 Gigabyte, das ist der Idealfall. Wenn du jetzt viele kleine Dateien hast, dann läuft sie eh nicht mit der Geschwindigkeit, aber wahrscheinlich mit genau dem... mit der gleichen Leistungsaufnahme. Ja, also, puh. Ich meine, okay, und zu dem Preis kannst du das Zeig eh leih... Da haben sie zum Beispiel getestet, ein Kopiervorgang, das ist ein 778 Gigabyte, mit fast 100.000 Dateien. Da hat die 283 Sekunden gebraucht. Warte mal, ich schau da jetzt gleich grad, weil die kommt mir gar nicht so teuer vor im Verhältnis. Ich weiß nicht, ob die teuer ist. Nein, ich war gleich jetzt mit der Samsung. Sie ist doppelt zu teuer? Ja, der Anteherarbeit ist doppelt... ein bisschen mehr als doppelt zu teuer, ja. Das wird eher auf das High-Performance-Ding noch auslaufen, aber... Ich meine, du brauchst natürlich einen PCI 5-Anschluss. Ja, ja, eben. Also, das ist das nächste. Ja, einen NVMe-Anschluss halt am Board mit PCI 5, ja. 5, ja. Was hat... steht da zufällig irgendwo, wo es den einen RAM hat? Steht nix, gell? Obst du das so gern sagen? Weil die haben... weil du es ja davor erwähnt hast, weil die haben ja auch einen Zwischenspeicher, also von dem her. Aber meistens ist... Ich finde, ich weiß nicht, wo ich das gefunden habe. Boah, vielleicht ein Gigabyte groß oder sowas. Ja, aber du willst keinen RAM über PCI Express 5.0 ansteuern. Das ist viel zu langsam. Der RAM, der RAM, der RAM am RAM, da wo er hingehört, ist immer noch schneller als über PCI. Nein, da war... Da war irgendwas... Ich weiß aber nicht mehr was, deshalb sag ich jetzt auch nichts mehr. Weil, ähm, da jetzt irgendein Scheiß zu erzählen mag ich auch nicht. Weil wir erzählen eh sonst zwei, eine halbe Stunde Scheiß. Das stimmt allerdings, ja. Aber die, eine Minute, die wird keine Scheiß erzählen. Ja, die eine Minute. Kommt ihr jetzt, oder? Die fangt ab jetzt an. Das heißt, wir müssen jetzt schweigen. Okay. Geh weiter. Immerhin. Wir haben es versucht. Immerhin kein Blödsinn, Gret. Das stimmt, ja. Ah, du bist fertig? Ja. Ja, und zwar Google bereitet sich auf eine Welt vor, wo Search nicht mehr quasi seine Hauptdinge ist. Oh, echt? Und, wie schaut der aus? AI? Natürlich, es geht halt alles in die Richtung, ja. Okay. Aber ich kann da gleich noch was dazu machen. das, was ich dann wieder eigentlich ganz cool finde. Und zwar, Google hat ja Bart in Gemini umbenannt. Und es gibt jetzt noch ein Open Source-Ki-Modell, das Gemma heißt. Gemma heim. Gemma heim. Und das ist so für leichtere Anwendungen und für Business-Anwendungen, wo Datenschutz wichtiger ist. Google. Nein, richtig, ja, in einem Fall sogar wirklich, weil sie haben es wirklich so gemacht, dass sie es halt überall zum Larven bringen. Ja, okay. Also, du kannst dich sogar, die rennen sogar auf deinen Laptop. Ja. Also, die laufen an Vertex AI und Google, ja, Google Kubernetes-Engine. Kubernetes. Ah, Kubernetes, ja, stimmt, ja. Ja, und das soll quasi etwas sein, das man auch lokal verwenden könnte. Richtig, es ist so, es passiert auf Gemini, es ist die gleiche Entwicklung drinnen, ist halt nicht so, ähm, ist halt nicht mit so viel Daten trainiert oder sonst was. Ist ein bisschen abgespeckter, aber für so einen klassischen Chatbot vollkommen ausreichend. Und halt, ja, Open Source. Okay, das hört sich einmal okay an. Also, normal, nach der Logik, es klingt gut, es wird wahrscheinlich gut angenommen und dann müsste es Google eigentlich irgendwann einstellen. Du hast es erfasst. Weil, das ist der Klassiker. Wenn man auf dem Google Grape hat, schauen, ob was Neues dazu gekommen ist. Ja, kannst machen, ja. Nein, ist noch nichts Neues. Noch nichts Neues. Nein, Google Podcast, schau. Ja. Aber das wissen wir ja eh. Ah, Google Jamboard, das ist es ja eh. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich meine, eigentlich müssten es Google Data zuschreiben, heißt ja jetzt Gemini. Ja, ist ja nur unbenannt, Freund. Aber ich weiß nicht, was Jamboard sein soll. Was ist denn das? Das war so ein Whiteboard, oder? Oh, Mann. Ich meine, da frage ich mich, warum haben Sie denn das überhaupt eingestellt? Was? Google Jamboard. Ich weiß das nicht. Weil du denkst dir, ja, das tut ja eigentlich nicht weh, ob ich das hab's, oder? Werd' wohl kosten und nix bringen. Ja, aber, wow. Ich meine, das soll es halt in das Google One reingeben, oder was weiß ich, wie das heißt. Dann wird schon irgendjemand nutzen. Ja, ja. Kommen wir zum nächsten. Das ist ein bisschen einmal ein bisschen was Positives, wenn man es so sehen will. Nämlich, das komplette Wissen der Menschheit ist jetzt auf dem Mond. Nämlich, äh, 30 Millionen Textzeiten sind jetzt gespeichert auf einem, äh, auf Nanofish. Und die sind jetzt mit der, mit einer von den letzten Mondmissionen auf dem Mond gelandet. Das heißt, sollte die Menschheit irgendwann einmal, ähm, zugrunde gehen, liegt jetzt die Wikipedia, Archive, das Internet Archive und das Sprachenarchiv vom Rosetta-Projekt am Mond. Und, ähm, irgendwelche Außerirdischen, die uns irgendwann in Abermillionen Jahren, aber witzig weit vielen Millionen Jahren besuchen, haben nachher die Möglichkeit, das Wissen der Menschheit da analog sich dann wieder auszulesen und zu lesen und zu lernen. Vielleicht auch ein bisschen was, was wir bis dato falsch gemacht haben, daraus zu lernen. Finde ich ziemlich cool das Projekt. Ich hab keine Ahnung, also, A, wer soll denn das jemals finden? Sag niemals nie. So, ja, ist okay, kann man machen, ähm, vor allem, es ist halt die Frage, ob die genau die Technologie haben, das zu entschlüsseln. Das ist sowieso immer die Sache, also, es sind Nano-Fishers, aber die Daten drauf sind ja trotzdem digital, das heißt, du musst sie einmal auslesen, ähm, die digitalen Daten verarbeiten und dann musst du erst einmal die Sprache da lesen und verstehen lernen, mit der das da gesprächert ist, in dem Fall Englisch. Das ist Kimbana dazu, das ist ja das schon eine Geschichte. Ja, aber, keine Ahnung, irgendeine außerirdische Zivilisation, die uns in 10.000 Jahren oder sowas, das auf dem Mond findet, ich glaube nicht, dass es da an den technischen Möglichkeiten scheitert, diese Daten auszuwerten. Also, wenn es jemand einmal bis zu uns geschafft hat, dann wird er das auch schaffen. Du weißt nicht, weißt du, das könnte so, nimm mal als Beispiel so eine Sache her, wir kennen ja als Beispiel gewisse Handwerkstechniken, die so vor in früheren Jahrzehnten angewendet worden sind, die kann man ja heute gar nicht mehr, weil man sie nicht mehr gebraucht hat. Ja. Und das kann da natürlich mit sowas auch passieren, weißt du, das ist so, wie irgendeine Programmiersprache, die keiner mehr nutzt und irgendwann keinen mehr interessiert, die kann irgendwann keiner mehr. Ja, ja, das schon, aber das sind ja reine Daten, das sind ja nur Einsen und Nullen. Ja, eh, aber das muss, weiß ich nicht, vielleicht sind die dann so fortgeschritten, dass die sagen, okay, was war denn das nochmal? Binär, ja, okay, natürlich, ja, ich sage jetzt nicht, dass die ad hoc das Teil finden und sofort entschlüsseln können. Natürlich würden sich dann die außerirdischen Wissenschaftler in 10.000 Jahren, wahrscheinlich drei, vier Jahre oder Jahrzehnte oder was auch immer damit beschäftigen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann verwertbar ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wir schaffen es auch, alte Keilschriften zu entschlüsseln. Es hat halt ewig genauert, bis man es geschafft hat. Natürlich schaffen wir es, also das ist schon machbar, lai, ja, das ist halt da auch die Frage, ob das, die Frage ist, ob es jemand interessiert tatsächlich. Ich finde das Projekt halt trotzdem ziemlich cool, weil quasi das komplette Wissen der Menschheit ist halt jetzt außerhalb unseres Erdenballs abrufbar und liegt dort. Theoretisch, ja. Ja, das ist das Einzige, was mich ein bisschen, ein Tränen, also, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass wir keinen englischen Wikipedia-Eintrag haben mit dem Techtel-Mechtel-Podcast. Also, das wäre unsere Chance gewesen, unsterblich zu werden. Ja, das... Haben wir einen deutschen Eintrag? Nein, haben wir ihn nicht. Ich habe mir jetzt echt gedacht, du hast ihn geschrieben. Den deutschen Eintrag ging es sowieso nicht, weil wir wahrscheinlich keine Relevanz haben und bei den deutschen Relevanz-Jihadisten in der deutschen Wikipedia würde sowas nicht funktionieren. Aber die englische ist ein bisschen, die ist nicht so zimperlich, wenn es um, wie wichtig ist das Thema, ja, oder na, geht. Ja, gut, das ist, ich meine, Wikipedia ist ja generell so, das, ähm, ja. Ja, wir können mal, wir können mal Spaß anschreiben. Für die englische oder für die deutsche? Wir baden und schauen, was passiert. Ja, ich würde sagen, nach acht Jahren, mittlerweile acht Jahre, oder? Wir könnten einfach mal, ich meine, wir können ihn danach wieder löschen, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ähm, ich würde mal gerne... Ja, in den letzten Jahren würde ich sagen, wir haben zumindest, ähm, ein gewisser, wie sagt man da, ähm, Bestandhaftigkeit, Beständigkeit. Nein, wir könnten mal aus Spaß ein paar, der einen schreiben und schauen, ob er irgendwo tatsächlich angenommen wird. Ja, das stimmt allerdings, ja, das könnte er wirklich auch mal machen. Einfach alleine aus Spaß. Das könnte er wirklich auch mal machen, ja. Wir können das auch live in der Sendung irgendwo machen. Ja, ich glaube, das, das sparen wir uns auch für eine von den nächsten Sendungen, ja. Ja, das ist, das müssen wir planen. Da schreiben wir, da schreiben wir uns live einen Wikipedia-Eindruck in der deutschen Wikipedia. Und auf, und dann lassen wir ihn auf Englisch übersetzen. Und dann hauen wir ihn in Deeple einen und, und kopieren den auf die englische Wikipedia. Und dann schauen wir, was passiert. Jetzt müssen wir mal schauen. Ob, ob, ob der ein oder andere Podcast, den ich so höre, in der deutschen Wikipedia zu finden sind. Wrend. Okay, ja, zumindest in einer Unterkategorie von Holger Klein. Okay, ja, okay, das ist da, das ist der Mach. Und was wir dann, was wir dann als Spaß noch probieren können, wir können probieren, ob wir es schaffen, bei der deutschen, beim Wort Techtel Mechtel, unseren Link dazu hinzuzufügen. Ja, müssen wir ja als Quelle. Nein, ich meine, bei dem Wort Techtel Mechtel, bei dem Eintrag von Wikipedia, wenn wir da auf uns verlinken, ob sie uns das hinzufügen lassen. Passiere auch. Oder was weiß ich, sowas. Okay. Okay. Also das würde mich noch mal... Radio Tux ist zum Beispiel drinnen, aber... Na gut, aber wir haben zumindest einen Eintrag in einer Tageszeitung. Das kann man schon zumindest als Einzelnachweis... Das ist wirklich ein Einzel... Das ist auch ein Eintrag. Das ist richtig. Aber das ist schon einmal was. Und... Ja, okay. Ja, können wir nochmal. Weil, wenn es einen Eindruck von uns in der kleinen Zeitung gibt, hätte es müssen wir mal schauen, ob es gibt es einen Wikipedia-Artikel zur kleinen Zeitung. Ja, also, schau mal. Ja, schau, sind wir schon relevant. Sind wir schon ein gewisser Ort von Relevanz? Okay, gut. Ich glaube, das machen wir in einer von den nächsten Sendungen, ja. Ja, ja, das machen wir in einer von den nächsten Sendungen, ja. Ja, ja, das machen wir in einer von den nächsten Sendungen, aber Spaß. Oder einer von unseren lieben Hörern macht uns ein Geschenk und schreibt einen gewissen Artikel. Ja, bitte schon. Wohl, bitte, ja. Nein, ich möchte es selber machen, das ist Spaß. Also, wenn schon Narzisst ist es schon richtig. Dann habe ich noch ein Thema, und zwar aus der Kategorie, wenn man kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat und nicht weiß, was man mit dem Forschungsbudget machen soll, baut man ein Notebook mit einem transparenten Display. Siehe, Lenovo. Lenovo haut in letzter Zeit echt, ich meine, ich finde es auf der einen Seite cool, dass das noch jemand macht. Die hauen in letzter Zeit echt schräge Produkte raus. Ja, es ist ein Prototyp, es ist ein Konzept. Ehe, aber trotzdem, dass das jemand, du stellst ja wirklich Geld rein. Ja, sicher, genau, das meine ich ja. Und ja, jedenfalls, wer jetzt das nur Audio hört und nicht YouTube das Video sieht, also Lenovo hat wirklich ein Notebook gebaut, also ein Konzept gebaut, dessen Display, was ich an sich bemerkenswert finde, ein transparentes Display, also das finde ich schon einmal bemerkenswert. Durch das Display kann man durchschauen. Man sieht aber trotzdem Windows-User-Interface drauf und die Symbole, also das finde ich an sich schon bemerkenswert. Das Notebook hat ein transparentes Display und es hat keine Tastatur, keine mechanische Tastatur, sondern keine haptischen Tasten, sondern da, wo die Tastatur liegt, sind einfach die Tasten aufgedruckt und es sind halt Touch-Tasten. Mit haptischem Feedback natürlich, also wie man es zum Beispiel von den iPhones gewohnt ist, mit dem neuen Lauten-Leißer-Knopf, der jetzt auch nur noch, oder ist das jetzt bei den iPhones? Das ist, ähm, du meinst? Der Lauten-Leißer-Knopf, das ist ja kein echter Knopf, der ist ja jetzt auch nur noch haptisches Feedback. Genauso wie der Home-Button bei den älteren iPhones nicht. Ja, gut. Man hat das Gefühl, man druckt ihn, aber wenn das iPhone ausgeschalten ist, merkt man erst, das ist kein richtiger mechanischer Knopf. Das kann ich sogar wirklich verstehen, du eliminierst halt eine Fehlerquelle. Ähm, ich weiß aber, und ist okay, ich finde das beim iPhone mit dem Home-Button ganz, ganz nett und beim Lauten-Leißer-Knopf finde ich auch ganz nett, aber bei einer Tastatur weiß ich nicht, ob das gut funktioniert. Äh, was mich halt, ähm, weil du gerade das neue iPhone angesprochen hast, was ich da noch komisch finde, ist, dass ich diese Laut-Losschalt-Wippe halt weggebe. Ja, die ist wohl da, oder? Ja, da würde ich sagen, das ist ein Knopf. Ja, und den kannst du ja mit Laut- und Leise-Web belegen. Ja, richtig, aber ich denke mir halt, diese Wippe war halt so super praktisch, weil du hast halt auf einem Blick erkannt, äh, selbst wenn, wenn es jetzt neben dir gelegen ist, hast du geschaut, ja, passt, ist es lautlos. Ja, genau, also du hast erfüllt, ob du es lautlos geschalten hast. Ja, du hast es ersehen, weil da ist ein kleiner, oranger Strich, wenn es auf lautlos ist. Ja, oder in der Nacht hast du das Handy in die Hand genommen, nicht eingeschaltet und du hast es erfüllt, ob es laut oder leise ist, weil weder der Knopf unten war, oder unten. Ja, richtig, und das ist so etwas, das ist, wir erleben das jetzt ja bei dem Autodisplay-Wahn wieder, dass jetzt die EU oder irgendjemand vorschreibt, dass wieder mehr Knöpfe reinkommen ist. Ja, genau, ja. Also, ich muss jetzt nichts, es muss nicht alles ein Knopf sein, aber dieser Wipp-Schalter war halt schon, ich meine, die Laut- und Leise-Tage, von mir ist, okay, wenn es die ganz wegtun und die Leimer digital sind, ja, ist mir auch wurscht, okay. Aber warum diese Schaltwippe weg muss, ja. Jedenfalls, das Notebook ist durchsichtig, also das Display ist durchsichtig, es hat keine echte Tastatur mehr und es ist ein Konzept. Und, wo ich das gesehen habe, haben sich mir dezent einige Fragen gestellt. Warum will man das, warum will man das haben, warum vorstelle ich noch so etwas, welchen Nutzen hat ein transparentes Display? Ich meine, was ich mir vorstellen könnte, dass das wie so ein Display, was ich so im Daheim ist, so als Home-Zentrale. Ja, und? So ein Display, das schaut halt dann ganz, ja, okay, schaut cool aus irgendwie. Es ist nur stylisch und du kannst nur von einer Seite reinschauen, weil wenn du von einer anderen Seite reinschaust, ist es spiegelverkehrt. Was bei einer Smart Home-Zentrale mitunter oft gar nicht so ein Problem wäre, wenn es relativ, weißt du, wenn es so piktografisch gelöst ist. Ja, okay, okay, das heißt, irgendwo in deiner 90.000-Euro-Küche bei der Kochplotte, die gleichzeitig Raumteiler ist, kannst du das draufstellen und du siehst vom Wohnzimmer aus, sowie auch hinten vom Herd aus, deine Piktogramme. Ja, okay, das ist ein okayer Einsatzzweck. Es ersetzt in meinen Augen weniger Herz-up-Display fürs Auto, weil die ohnehin ja schon genau noch so an einem ähnlichen Prinzip arbeiten. Und in der Notebook, ich meine, das einzige, also ein Szenario, was ich mir noch halbwegs vorstellen kann, ist in einem Besprechungsraum, dass die anderen Besprechungsteilnehmer, die am Tisch rundum sitzen, während du darauf tippst, dass die dort vielleicht auch noch remote zugescholtene Menschen sehen oder sowas. Aber das könnte, sie wären schon irgendwas, wenn man denkt, dieses Zwar Screen Notebook von Lenovo, was ja auch mal ein Prototyp war, das gibt es ja mittlerweile wirklich als Lenovo Yoga Book. Und das ist halt, wo ich nach wie vor sage, das ist wahrscheinlich einer der geilsten Windows-Laptops, den es gibt. Ja, Lenovo zählt da eher noch auf eine andere Klientel, ob nämlich Hotellerie, Hotelkunden könnten es etwa zu schätzen wissen, den Bildschirminhalt des Rezeptionisten sehen zu können. Das stimmt sogar, ja. Ja, das ist sogar oft, ha, das wäre sogar theoretisch, wenn du jetzt denkst, zum Beispiel, wenn du, oft ist es ja so, dass du bei so Kundengesprächen sitzt und, also es heißt bei so Service-Mitarbeiter, die dir dann einen Screen her dran oder einen zweiten Screen geben, damit du siehst, was sie für dich ausfüllen. Ja, aber es bringt dir ja nichts, wenn der von vorne in sein Notebook startet und du siehst das verkehrt, du siehst es ja auch spiegelverkehrt, wenn das jetzt... Ja, vielleicht arbeiten sie da dran, dass das dann bei dir quasi sich nochmal spielt. Wenn dann sind es zwei Displays. Ja, das war schön. Dann willst du es nicht mehr durchsichtig haben. Wer war es denn das Schock, was du willst? Nein, also ich bin da... Ja, ich... Also, ich meine, gut, das Coolste war das eben das Lenovo Yoga Book, jetzt mit den zwei Screens und der Tastatur, die du unterschiedlich draufklappen kannst oder wegklappen kannst. Das ist sicher, das muss ich Lenovo lassen, das ist das Coolste, das ist der Coolste Laptop, den ich so die letzten Jahre gesehen habe. Ja, okay. Ja, das lasse ich vielleicht noch durchgehen. Aber Lenovo macht halt... Vielleicht. Ja, es ist halt ein merkwürdiges Konzept. Ich verstehe es nicht, das wird sich nicht durchsetzen. Wahrscheinlich nicht, aber der Punkt ist das, Lenovo hat halt langweilige Business Notebooks, die Leistung bringen und die funktionieren. Ja, aber langweilig sein. Ja. Ja, und klar, die wählen das natürlich jetzt irgendwie aufpeppen oder... Aber praktisch, praktisch ist meine Augen nicht da. Man braucht sich nur so neuere Star Trek Filme oder Star Trek Serien anschauen. Da wischen sie auch mit den Händen der Luft um, die Displays sind irgendwo in der Luft, beziehungsweise es wird aufgeprojiziert. Arbeiten kannst du ja in so einem, also ich finde halt, du kannst so nicht arbeiten, wenn sich am Hintergrund des Displays laufend Sachen verändern, zusätzlich zu den Sachen, die du ohnehin am Notebook veränderst, durch Tippen oder Fenster hin- und herschreiben. Ich finde das, ich würde das also extrem irritieren. Ginge mir jetzt auch so, aber das heißt ja nicht, dass das andere nicht super fühlt. Ja. Hipster und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, du musst eh fragen. Ja, ich finde es schwierig, aber ja. Aber es ist halt einmal, es ist eh nur ein Konzept, also wer weiß. Weil Lenovo wäre es ja wurscht, wenn sie das auf den Markt bringen und vielleicht tausend Stück verkaufen, dann haben sie halt tausend Stück davon verkauft. Das Wärtssennen wahrscheinlich. Das Wärtssennen würde ich sagen, ja. Gut, dann, jetzt legst du einmal los. So, BMW, eher für Autos bekannt, es gibt halt eine Motorräder. Und zwar, die haben jetzt ein neues Elektromotorrad am Markt gebracht. Das schaut ein bisschen, ja, schaut irgendwie sehr futuristisch aus. Ja, aber das gefällt mir, das ist Oldschool meets Moderne. Ja, geht so in die Richtung, stimmt. Das heißt CE02 E-Motorbike. Sie haben da jetzt bei WIRE geschrieben Design und das ist super. Die Reichweite ist durchschnittlich, es ist teuer. Sehr auffällig ist das, was halt wieder für Diebstahl anregt. Ähm, und halt ein bisschen unkomfortabel auf lange Fahrten. Ja, es schaut jetzt nicht so bequem aus, muss ich sagen, ja. Ich kann dazu Motorräder gar nicht. Ich hab keinen Motorradführerschein. Ich auch nicht, nein. Und B, ich mag die Dinger auch irgendwie nicht. Ich bin auch nicht so Fan von, nein. Weil ich mag schon nicht Helm aufsetzen, Lederjacke, dann Hose, Schutzausrüstung, alles in allem, wo ich mir denke, bis ich da losfahren kann. Ja, ich bin immer so, wenn zwei Räder noch an meinem Mountainbike oder sowas, aber das war's dann. Ich brauch nicht einmal eh, ähm, noch, aber ich war auch älter, also wird's irgendwann wohl eh Mountainbike werden. Aber Motorräder ist auch nicht meins. Du bewegst dich, du bewegst dich eigentlich in derselben Geschwindigkeit wie... Wie ein Auto. Wie ein Auto. Und ich hab zwei Räder. Und du hast zwei Räder und keine Knautschzone. Das ist ja, du bist die Knautschzone. Du bist jetzt die Knautschzone. Und von dem her widerspricht das ein bisschen meinem Bild von sicheren Reisen. Ja, ich mein, okay, jetzt kann ich noch sagen, ja, in der Stadt okay, aber ich denke mir da auch trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich will nicht unbedingt von einem Auto, weil ob mir der jetzt auf einem Radl zusammenführt oder da drauf, ist der Unterschied auch nicht mehr viel größer. Ja, nur, dass du darauf fünf Minuten dazu gebraucht hast, dir Helm und der Ausrüstung anzuzügen. Ja, und wenn ich drunter liege, habe ich ein größeres Problem als unter dem Radl. Ja. Aber, gut, das sind ein paar andere Punkte. Ja, ich weiß, also, ich wäre mit zwei Rädern, ich meine, ich mag mein E-Bike, mag ich, also das finde ich gut. Allerdings möchte ich damit halt auch nicht auf Freilandstraßen fahren. Nein, ich bin auch sehr ungern mit meinem Mountainbike auf Freilandstraßen unterwegs, also nur auf Radwegen oder Forstwegen. Ich bin auch ungern auf so super stark befahrenen Straßen mit einem Fahrrad unterwegs. Ich habe ein echt fieses Gefühl, wenn die Autos hinter dir herbrettern und mit extremst geringem Abstand neben dir vorbeifahren. Also, das ist für mich so eine Sache, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie manche wirklich mit ihrem Rennrad auf der Freilandstraße mit dem Ding fahren, freiwillig. Wo ich mir denke, da überholt die ein LKW. Ja, schon allein der Windzug von vorbeifahrenden Fahrzeugen ist fies. Ja, ich mag das, ich mag das, ich mag das überhaupt nicht. Also, ich bin nur auf Radlweg. Also, wenn es, wenn es sich nicht vermeiden lässt, okay, ja, dann Freilandstraße, aber sonst nur Radwegen. Also Radwege und Forstwege, das alles andere ist, ja, ist egal. Also das Motorrad selber, ich finde, schaut eigentlich ganz nice aus, es ist jetzt nicht so 132 Kilo. Gut, das überrascht mich jetzt nicht. Ja, ein fetter Akku drin, ja. Ja, okay, na, cool. Ich meine, liegt halt so, was kostet der Spaß, zwischen 7.450 und 8.495 Pfund. Ja, ja, Preis, ja. Ist günstiger als ein Auto, ja, okay. Mir gefällt das Design, muss ich sagen. Also, das Design finde ich ziemlich schick. Wo ich mir nicht sicher bin, ist das, also, als, keine Ahnung, nicht Zweiradfahrer, kann ich mir jetzt irgendwie schwarz so glauben, dass das ergonomisch und bequem ist. Aber ausschauen tut es cool, ja. Das ist eine Frage, die kann ich da auch nicht beantworten. Also, pff, gut. Ja, dann, während sich der Alex schenäutzt, machen wir gleich sein zweites Thema auf. Warum machen wir mal zweites auf? Ah, mach einmal bitte zuerst Deins, ich muss mich da damals jetzt so lange nicht angeschaut haben, muss ich mir zuerst das nochmal aufmachen, bitte. Ah, okay, okay, passt, 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 warte mal. Nachher mache ich, muss ich jetzt die Sendungsnotiz nochmal ändern. 139, 40, so. Kleines Wunderpaket, was habe ich denn da? Ah ja, haha, das ist ein geiles Teil. Du, hast du gewusst, dass es neben so bekannten Mainboard-Herstellern wie ASRock, ASUS, MSI, äh, was gibt's noch so? Äh, ja, neben den bekannten Mainboard-Herstellern gibt's mittlerweile so kleine chinesische, die sehr, sehr schräge Custom-Boards bauen. Und das Mini-ITX-Board, was es da gibt, ist, ist meine Augen extremer Hammer. Ich schlage nur deswegen nicht zu, weil es erstens nicht sonderlich günstig ist, in Österreich wahrscheinlich noch ordentlich, wo es ein Einfuhrumsatzsteuer drauf, also Einfuhr, wie heißt es, Einfuhrumsatzsteuer draufgegeben, Zoll draufkommt. Und, weil ich mir nicht sicher bin, ob das, ähm, treiberseitig lang genug gesupportet wird. Aber es ist ziemlich cool, weil, das ist ein Mini-ITX-Board. 17x17cm. Es, du kannst, äh, AMD RISE-CPU draufflanschen. Du kannst, äh, es hat zwei Slots für normalen RAM, ähm, also, ähm, Sodim, also den kleinen Notebook-Ram. Es hat mehrere M2-Slots für, ähm, NVMe-Festplatten. Und, wo hat's denn die versteckt? Ja, das, ähm, ich hab nachgeschaut, es sind drei. Ah, eine ist auf der Rückseite? Ja, ja, und zwei sind, glaube ich, auf der Vorderseite. Wo denn, bitte? Ja, das muss, ähm, Sieg mal, ähm, muss man, bist du auf, auf AliExpress gewechselt? Da sieht man es nämlich ganz gut. Ah, na, okay, weil ich denke, wo ist denn das? Auf der AliExpress-Seite sieht man es noch im Detail, ähm, wo die, wo die Slots sind. Ähm. Ähm. Vorne, neben dem 24-Pin Sata, äh, neben dem 24-Pin Anschluss. Ah, da ist Arna, ja, ja, ja. Und auf der Rückseite oder sowas, ja. Das sind jetzt aber zwei, oder? Und nach hinten, und nachher noch auf, na, vorne, warte mal. Vorne ist Arna, oder? Das ist Arna, stimmt. Da sind gleich zwei drauf. Ah, da sind es doch nur zwei. Also wegen dem brauchst du das Board aber nicht. Nein, nein, das ist es ja noch nicht, gell? Du hast nämlich noch neun normale Sata-Stecker. Ja, ich weiß, die hast du, ja. Das heißt, du hast in Summe elf Möglichkeiten, SSDs anzuflanschen. Du hast die Möglichkeit, äh, aktuelle Ryzen-CPU draufzutun. Und du kannst bis zu 128 GB RAM draufflanschen. Ja, das ist ein klassisches NAS-Sata-Board, oder? Ja, das ist ein klassisches Home-Lab, wo ich mehrere virtuelle Server und mein NAS drauflaufen lassen kann. Ja, das kannst du da drauflaufen lassen. Ich meine, das Ding ist relativ teuer. Ja, ja, es kostet 500 Euro, ja. Über 500 Euro, 560 Euro. Das ist nicht günstig, ja. Ganz ehrlich, um das, glaube ich, finde ich schon ein paar normalen Maler-Board auch ganz einen guten Workaround. Nein, habe ich geschaut. Keine Chance. Hast du nicht gefunden? Mit so vielen Anschlüssen für Festbutton. Wirklich nix. Nix. Okay. Nix stimmt nicht. Es gibt von, ich will immer Bioware sagen, aber es ist nicht Bioware. Jetzt schauen wir schnell ein. Das ist... Mainboard, ITX, 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 AMD, 5, ITX. Na, gibt's nix. Nicht mit so vielen Anschlüssen. Mit, warte mal, SATA. Machen wir nur... Ah, ich will keinen Passwortmanager. So, SATA. Mit ab 4... Na, keine Chance. Also, die AMDs haben wir mal ab 4 Anschlüsse. Ja. Und wenn ich mir jetzt ein Custom Mainboard... Äh, und wenn ich mir jetzt so ein Intel anschaue, Mini-ITX... Ab 5. Mit 5 Anschlüsse. Aha. Supermicro, genau. Und von Supermicro, genau, genau, das sind... Da habe ich eins gefunden, aber nicht für aktuelle Modelle, also nicht für andere CPUs, also sowas wie... Ja, eher so Richtung Celeron und die ganzen Sachen, also eher schwachbrüstige CPUs oder für Xeon oder für... Wie heißt die Alternative EPIC bei AMD? Ja. Die haben 8 SATA, ein NVMI, kostet aber 2.000 Euro. Oh, okay. Also, verglichen zudem ist das schon ein Schnäppchen, aber wie gesagt, der Preis ist hoch für Sportalone und die Treiberversorgung, ja. Und die Frage ist, brauchst du es wirklich? In meinen Augen war das wirklich mein Traumport, um ISNAS auch noch in Pension zu schicken und wirklich meine komplette Proxmox, meine kompletten virtuellen Server, die hättest du auf dem alten Think, auf dem alten Lenovo laufen hab, alles auf moderne Hardware zu bringen und Ressourcen und Bauer ohne Ende zu haben. Ich mein, du kannst 6, 4TB-Plotten oder 6, 8TB-Plotten einhauen und hast du quasi für daheim Speicher ohne Ende. Ja, das hast du, das stimmt, aber die Frage, ich mein, du hast halt dann alles auf ein System drauf, das musst du halt auch rechnen. Ja, du musst nachher noch damit rechnen, dass du zumindest einen fetten Speicher dran hast, dann fürs Backup, ja. Ja, das ist, ähm, puh, der Spaß könnte teuer werden. Und was bei dem Board halt auch ziemlich cool ist, es hat 4, ähm, Ethernet-Anschlüsse, also 4 Netzwerke-Anschlüsse. Ja, das heißt, ich, ähm, ich kann an einer virtuellen Maschine explizit einen Ethernet zu, einen Anschluss zuweisen. Das heißt, es läuft nicht alles über einen und nachher über 4 virtuelle, sondern eine virtuelle Maschine, keine Ahnung, wo ich mein NAS drauf hab, hat fix einen Ethernet-Anschluss. Meine virtuelle Maschine, wo ich, keine Ahnung, Pyhole drauf hab, hat fix einen Ethernet-Anschluss zugewiesen. Das ist ziemlich cool, weil dann musst du nicht über virtuelle Boards umrouten, was sich dann schlussendlich ja extrem viel leistet und kostet, wenn deine ganzen virtuellen Maschinen nur über einen Ethernet-Anschluss drüber laufen. Was jetzt mein Fall nicht so als Problem ist, weil, äh, der Anschluss langweilt sich aber eh, aber, hey, du hast Luft nach oben, wer weiß, was man noch alles drauf machen kann. Du kannst viel drauf machen, Leid, ich frage, sollte immer, ist da das denn preiswert? Und, weil du es davor erwähnt hast, mit dem Google Gamma könntest du theoretisch sogar deine Home-KI selber drauf laufen lassen, weil du hast einen Ryzen, der auch noch genug Power mitbringt. Könntest du, Leid, was tust du noch mit der? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sag, das ist ein Home-Lab, das ist für Experimente. Ja, gut. Jetzt hast du hier mal deinen 3D-Druck. Ja, ja, eh, meinen 3D-Druck hab ich. Nein, aber, so an sich finde ich das Board ziemlich geil von der Ausstattung her, ähm, ja. Ja, sagen wir so, ist halt ein Spezial-Board und deshalb ist es halt auch nicht günstig. Das ist es, ja. Das ist halt bei den Dingen leider immer das Problem. Also, Spezial trifft es in dem Fall sehr. Ja, Spezial trifft es gut. Gut. Hast du dich jetzt eingelesen, dein Thema? Ja, es war nicht so schlimm, aber ich hab leider nicht mehr gewusst, um was es generell gegangen ist. Also, ähm, ah, du hast gerade das Video gestaltet. Brilliant Labs hat, äh, Frame-AI-Glasses rausgebracht, oder kommen raus. Ist eine Brille, wo du auch, wenn du wirklich eine Brille hast, kannst du dir die Gläser anscheinend zuschleifen lassen, dass sie an zu deiner Sehstärke passen. Und ist eigentlich das nach heutiger Technik, was Google damals mit, ähm, Google-Glasses gemacht hat. Also, das zeigt er halt dann, was das ist, was das, also, so wie es jetzt eigentlich auch der AI-Pin schon gemacht hat. Also, das, ähm, wie hat's, wie hat's kreisen? Humane? Ja, das... Ähm, oder der Rabbit Air... Wo ich mir gedacht hab, das... Oder der Rabbit Air One. Ja. Und... jetzt ist es halt da mit Brille. Okay. Das ist quasi ein Google Glass. Mit... Also, du hast mal zwei... Du hast mal zwei Gläser. Du hast sicher ist bessere Display als damals. Ja, das ist sicher. Ähm, du hast eine Kamera drin, Betriebssystem... Was, glaube ich, heißt, lautet, oder... Also, ein Lua-basiertes Betriebssystem. Ja, okay, das ist okay, ja. Äh, ja, aber sonst weiß man da gar nicht so viel. Ist auch das Gerät, finde ich cool. Ja, das ist ja geil, das werden wir raus, ja. Das ist geil aus. Das ist schön gut aus, das stimmt. Das Ladegerät Mr. Power. Sieht aus wie eine Nase, okay. Offene Plattform und App-Anbindung, okay. Ja. 349 Dollar? Ja. Für einen Aufpreis von 90 Dollar Brillenglässern ihrer Seierstärke. Ja, aber US... US, 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 ja. Das kostet dann bei uns... Also, ich glaube... 500 Euro, 600 Euro, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es ist da... Ob es in Europa, du dann kriegst mit denen, aber ja. Mhm. Okay, sagen wir mal so, der Preis ist jetzt nicht... das Argument, warum es in die Hose gehen sollte. Das Problem wird halt eher wieder generell das sein. Ich glaube, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das nicht auf Dauer extrem überfordernd ist. Wenn du das dauernd da jetzt... Du hast das ja dauernd da. Naja, du kannst sicher... Es wird ja nicht laufend alles automatisch erkennen und tun und... Ja, aber... Du schaust halt da... Du hast halt die Funktion. Nebenbei ist die Frage, wie gut es dann tatsächlich funktioniert. Das ist wie üblich das. Und nebenbei... Ich finde die nicht sonderlich schön, diese Gliese. Ja, ähm... Das war jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Ähm... Die Brille ist, ähm... Gelinde gesagt, ziemlich hässlich. Und der dritte Punkt ist, was kann das tun, was ich mit meinem Smartphone nicht tun kann? Und vor allem, da bin ich dann noch... Stell dir vor, du kaufst die Brille jetzt wirklich und du bist halt Brillenträger. Jetzt gebe ich das Geld aus, damit ich die Brille habe und jetzt sagen wir, die stellen in Dienst rein. Dann habe ich zwar... Dann kann ich zwar immer noch ohne Akku durchschauen, dann habe ich eine super schwere Brille am Schädel. Ich meine, obwohl sich die Akkus, denke ich mal, eh da hinten in diese Knöpfe reingemacht haben. Ja. Aufgrund der Gewichtsverteilung wird Sinn ergeben. Akkus sind hinten drin, ja. Ich habe gedacht, das sind Lautsprecher, aber es dürfte wirklich der Akkus sein, ja. Ja, das macht... Aufgrund von der Gewichtsverteilung macht ja das sogar Sinn. Ja, klar, ja. Nebenbei, wenn dir das Ding einmal runterfliegt, kannst du davon ausgehen, das ist fix hin. Also, weil da... Ich meine, gut, das ist bei der Brille auch wahrscheinlich. Aber da hast du halt... Ja, da hast du dein ganzes AI-System mitgeschrottet. Also, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, es ist... Ja, ist schwierig. Also... Also, ich meine, ich würde gerne damit einmal umspielen, das auf alle Fälle. Ja, das würde ich mit der Apple Vision Pro auch gerne. Oder mit der auch. Sicher, klar. Ja, ja, das... Also, nur, ich weiß leider nicht, ob das nicht halt alles am Smartphone einfacher und besser möglich ist in Zukunft. Das ist die Frage, ja. Und vielleicht wieder ein Gerät mehr, das ich laden muss, wo ich wieder ein Screen habe. Und das hört ja nicht mehr auf. Nein, das hört ja nicht mehr auf. Das... Ah ja, das ist... Schwierig. Ich meine, es ist besser als der Humane AI-Pin meiner Meinung nach, weil zumindest habe ich das sowieso am Kopf dann und, ja, ist dann eh da. Ja. Und ich habe zumindest das Display in der Brille drin. Ja, wobei mir das Gewicht von dem Teil jetzt nicht so... Es ist 40 Gramm. Das, glaube ich, geht noch. Also, wenn du jetzt größere, schwerere Brillen tragst, kommst du auf das Gewicht auch. Also, ich mit... Ich habe keine Ahnung, was eine Brille wiegt. Ich müsste einmal... Ich habe leider da keine Waage oder so. Sie müsste einmal meine abwiegen. Also, die, was ich jetzt aufhabe, das ist die leichtere, die andere ist ein bisschen auch schwerer. Also, die, was ich da jetzt aufhabe, der ist voll Kunststoff. Also, ja, Daniel, je leichter, desto weniger rutscht und drückt sie. In der Regel wiegt eine Fassung heute zwischen 5 und 15 Gramm. Das ist aber nur der Rahmen. Das ist nur der Rahmen, ja, ja, eben. Und dann noch die Glaschen. Also, meine sind dünn. Also, bei mir ist es auch... Ich kann es bei mir... Meine Brillen sind... Ah! Ja, schwierig. Schwierig. Auf die schnelle, also, eine Brillenfassung und mit Gläsern sollte 50 Gramm nicht überschreiten. Nein, ist die Brille eh ganz gut unterwegs, sagen wir so. Aber, wie gesagt, das Design ist sehr hässlich, finde ich. Sie ist hässlich. Sie ist, schaut aus wie ein Clown-Triller. Naja, ich meine, prinzipiell, die Runden liegen würden mich gar nicht stören. Ich mag eher diese Knöpfe da hinten nicht. Sie hat halt die... Sie schaut aus wie die gute, alte Josef Hader hohen. Ja, genau so in die Richtung geht's, ja. Optisch. Ach, ja, okay, ja, ja. Also, das Monokel, was sie haben, gefällt mir fast besser. Das Monokel. Dann könnte man mit der Monokel rumlaufen. Ja, tu, ist ja was. Gut, aber das ist wirklich... Okay, na, das... Na, na, das... Okay, das ist... Das ist dazu... Ähm... Da kommst du her wie ein Exzentriker. Naja, aber das schaut auch schon sehr irre aus, weil da ist wirklich in dem Monokel die komplette Technik verbaut und der Seeschlitz ist eigentlich... Also, das ist kein echtes Monokel. Also, nicht so, wie man ein Monokel tragen wird. Na, eh, interessant. Interessant, ja. Keine Ahnung. Bin gespannt, um was verrichten. Ja, und was ist halt noch, weil lass, wie es das Ladegerät, das lass ich sein. Das ist cool. Ja. Da haben sie Humor bewiesen, ja. Das hat echt Humor. Also, das muss ich sagen, cooles Ladegerät. Gut. Dann. Dyson macht jetzt was Neues. Ah, warte mal. Das hab ich auch noch. Ja, Dyson hat jetzt einen Lötkolben. Spaß, schaut gleich aus wie ein Lötkolben. Okay. Ich hab nicht eine geschaut und hab mir gedacht, okay, Dyson macht jetzt Lötkolben. Nein, es ist ein, ist ein Föhn. Es ist ein super Leichtgewicht, super Sonic Handdryer. Und der passt sich mit einem RFID-Chip an jeden Aufsatz speziell an und ja, die, was weiß ich, die Hitzeentwicklung, ich mein, es schaut, wenn du weiter nach unten fährst, es schaut wirklich aus wie ein Löteisen. Ja, es schaut sehr, es schaut sehr speziell aus, ja. Ist aber eigentlich für Friseure und Friseurinnen gedacht. Bei dem Preis von 570 Dollar hätte ich jetzt das vermutet, ja, dass das jetzt nichts für ein Heimgebruch. oder wie heißt es, der Lockenstock, glaube ich, drauf. Der ist ja zuerst einmal, glaube ich, für das gedacht gewesen, aber den Kaufen, der wird ja privat mittlerweile auch gekauft. Der Dyson Supersonic Hairdryer, ja. Nein, der Dyson Airwrap, der war das. Dyson Airwrap? Wie? Was ist das? Dyson Air? Ja, wenn du jetzt deine Frau fragen würdest, die würden wahrscheinlich keine. Die hat schon Locken, die braucht kein Lockenstab. Okay, dann vielleicht nicht, aber ich glaube, der kostet da 477 Euro. Naja, ich würde fast sagen, für Frauen ist das fast ein multifunktionales Gerät, wenn man noch ein bisschen am Design schraubt. Der Hörfön da? Nein, der Lockenstab. oder Haarföner. Ich weiß es zwar nicht, was du schon wieder denkst, aber ich führ es nicht weiter aus, dann müssen wir es nicht schneiden. Du brauchst es nicht ausführen, du brauchst so ein, nein, wurscht, egal. Bitte, das ist doch nichts, was man schneiden muss, bitte, hallo. Nein, ich habe mir gedacht, es wird noch schlimmer. Nein, keine Sorge. Ich habe mir gedacht, es wird noch schlimmer. Mittlerweile weiß ich, dass ich mich selbst zensieren muss. Aber ja, okay. Nein, die Idee finde ich, manchmal finde ich Overengineering ziemlich geil und in dem Fall trifft es sogar wirklich zu. Du meinst mit dem Föhn? weil ein Föhn ist so ein Ding, was eigentlich technisch, wo du denkst, das ist technisch ausgearbeitet. Das ist technisch da, wo man ist. Da drin sind Heizspiralen und ein Ventilator. Das ist ein Föhn. Heizspiralen und Ventilator. Stromf hat eine, heizt die Drähte auf, der Ventilator von Zymtran an und warme Luft kämpft. Das ist ein Föhn. Und die haben das Teil halt overengineert, sodass es extrem klein ist und es schaut wirklich voll kompakt aus. Ich glaube, ist generell der Ansatz von DICE. Was mich fast wundert, weil eigentlich, das ist leider so, das passiert jetzt auf keiner Studie oder sowas, was ja witzig ist eigentlich, wenn du da Dyson so anschaust, diese Staubsauger, seit es die gibt, die haben ja komischerweise immer Männer angezogen. Weil die haben ja immer ausgeschaut wie so Laserkanonen und Raumschiffen. Das ist witzig eigentlich, dass das jetzt auch so auf Haarpflege etc. transportiert wird und dass das scheinbar nach wie vor funktioniert. Weil ich meine, klar, du kennst Dyson-Geräte mittlerweile heraus, weil die schauen anders aus wie andere Geräte aus derselben Klasse. Ja, definitiv. Ja, nein, eh. Und es gibt extrem viele Leute, die qualitativ auf Dyson schwören, wobei ich immer doch ein bisschen schwart tue, weil es für mich von der Haptik nur überteuertes Hot Plastik ist. Zum Beispiel so ein Dyson-Staubsauger, das sind schon ziemlich geil, aber ich habe schon Modelle gesehen, die sich anfühlen, als wäre das ein 100-Euro-China-Gadget. Ja, die Frage ist halt immer, gibst du 799-Euro für einen Handstaubsauger? Ja. Ja. Ich rede jetzt nicht von einem Handstaubsauger, sondern schon einen mit Stil, wo man Akkustaubsauger Ja, ja, klar, sie haben nichts mehr. Eben, würde ich ausgeben, ja, würde ich ausgeben, ob es jetzt Amile oder oder Dyson ist, das entscheidet sich bei mir erst, aber das würde ich ausgeben, weil die Akkulaufzeit reicht, um da das Haus zu saugen, du tragst das Teil von A nach B und du saugst A, was ist das Problem bei einem Staubsauger? Ich habe keins. Du musst den immer herholen, einstecken, Kabel ausziehen, einstecken, saugen, Druck tragen. Also ein Standgerät mit Akku steht da und nimmst Saugstöche hinterfertigen. Also ganz ehrlich, das Problem habe ich nicht, weil ich denke, das ist mir wurscht. Ich habe deshalb mein Mit Kindern ändert sich Okay, ist ein anderes Szenario. ich sage jetzt nichts dazu. Aber jetzt für mein Szenario über einen Saug- und Wischroboter, der macht die Grunde eine. Kannst sagen, 80% der Arbeit macht der. Und dann habe ich einen stinknormalen, sogar einen Beutelstaubsauger noch. Und ich sage für das, was ich das brauche. Und teilweise bin ich so zu faul, dass ich den Saugroboter hinfahren Ja, eben. Nein, es stimmt. Es ist, wie gesagt, wir haben ja, also mittlerweile haben wir nur noch zwei Staubsauger- Roboter, weil der andere hat den Dienst quittiert. Eben auch durch so ich bin drauf gestiegen. Nein, der andere funktioniert einfach nicht mehr. Der ist jetzt in meiner Willhaben Verkaufsliste drin, als Ersatzteilspender für jemanden, der noch damit arbeiten will. Der ist halt mechanisch. Der ist acht oder neun Jahr alt. Das war einfach so ein iRobot. Der Clemens hat den wie so ein Knecht, den hat er einfach fertig. Der hat echt sieben, acht Jahr wirklich seinen Dienst verzogen. Der Style ist halt jetzt mechanisch einfach am Ende. Der ist am Ende mechanisch. Und die machen die Grundreinigung in die Wohnräume und ja, also der eine im Wohnraum, der andere im Vorhaus und die Bäder, wo man halt hinstellen. Wie sagt man Vorraum? Also das Vorhaus ist bei Clemens so, geht da mal, dann kommt man zuerst in eine Garage, die so 700 Quadratmeter groß ist. Zuerst fährt man mal zum Eingangstor des Grundstückes und dann wird man vom Diener mitten im Rolls-Royce zum Eingangstor hingeleitet. Genau, und dann kommt einmal das Vorhaus und da geht einmal rein und bewegt sich über Marmorböden an den ganzen Eingangstor Eigentlichen. Genau, das Vorhaus ist eigentlich ein komplettes Haus, total dekadent, total übertrieben, braucht keiner, aber es wohnt keiner drin, weil es das Vorhaus Okay, nennen wir es Vorraum, Vorraum. Du nennst das Vorraum, weil du sagst, ja mei, das ist schon Wurscht. Ja, stimmt. Ja, also im Vorraum. Ja, da freut er und in dem Bad wo man ihn halt hinstellt. Der ist ja weder intelligent noch irgendwas, der hat das auch einfach ein Fertigen. Damit bin ich zufrieden. Sonst haben wir einfach quasi so das, was in den 90er Jahren so der geile heiße Scheiß, weil wir haben eine zentrale Staubsaugeranlage, wo man einfach nur einen Schlauch in die Wand steckt und dann Das gibt's nur, das Zeug. Bei mir ist das im Haus so vor 25 Jahren Na, warte mal, vor Jahren haben wir 2000? Jetzt eine Frage, wie funktioniert das? Vor 30 Jahren eingebaut waren. Das heißt, in jedem Raum hast du so eine Öffnung in der Wand? Wir haben eins, zwei, drei, vier Öffnungen in der Wand, ja. Vier. Du hast vier Öffnungen in der Wand und da hast du einen Schlauch davon weg? Nein, und da steckst du den Schlauch rein. Wie lang ist denn der Schlauch? Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. die Öffnungen sind alle ziemlich zentral in der Villa und du langst eigentlich über ich glaube zehn Meter oder so ist der Schlauch. Und wo fährt das dann hingesaugt? Unten in der Garage ist dann quasi der Zentralausgang und da ist so 1500 Watt Saugmotor drinnen. Und da ist ein Staubkübel, den kannst entklammern und ausleeren dann. Da ist kein Beutel. Ich stelle mir das so vor, so nach einem Jahr geht der Clemens mit so einem riesen Kübel Staub durch die Gegend. Das muss man schon alle zwei, drei Monate mal ausleeren. Da ist unten ein Motor, der erzeugt einen Unterdruck und durch den Unterdruck wird der Staub und der Dreck eingesaugt. Das geht dann durch die Rohre und landet dann unten in dem Kübel und den leert man dann einfach alle paar Monate mal aus. Das Teil ist 30 Jahre alt und das verrichtet immer noch seinen Dienst. Mittlerweile habe ich mehrfach mal eine Lötstelle wieder richten müssen und ein Relais mal austauschen müssen, aber es funktioniert. Der Motor funktioniert. Aber das Teil wird auch nicht auf ewig funktionieren. Und dann denke man schon, ich tue mir sicher nicht wieder um keine Ahnung was es früher gekostet hat. Wahrscheinlich ist Nachrichten von so einer Anlage ein paar tausend Euro. Da würde ich nie mehr im Leben so was hertun. Vor allem werde das wahrscheinlich nicht so lange halten wie das jetzt. Das funktioniert seit 30 Jahren. Da bin ich mir schon beim Überlegen, dass ich einen Akkustaubsauger mit Stil hole und fertig. Ich denke mir aber trotzdem, dass ich dafür wenn jetzt überlegt ob man mehrere tausend Euro in so zentrale Staubsauger Anlage investiert. der ist bequem weil du tragst doch quasi auch nur noch den Schlauch. Warte jetzt siehst dass ich sage deshalb denke ich mir da gebe ich dafür wirklich fast also der Dyson kostet 900 Euro in der Top Variante wo ich denke puh ja und ich sage auch nichts dagegen ich finde die Bosch Lösungen sogar ziemlich geil weil bei die Bosch Stil Staubsauger kannst du die normalen Bosch Akkus zum Beispiel verwenden die die Akkus da gibt es Modelle da kannst die Akkus von die Baumaschinen Baugeräte und so weiter verwenden das ist das ist zumindest gescheit weil das ist nachher ein tauschbarer Akku ah ja stimmt ich sieg das siegst das ja eben das ist zum Beispiel auch eine geile Sache sag mal so für mich komplett sinnlos weil ich hab kein 6-Werk ich hab mehrere zum Beispiel von Bosch und nachher ist das schon ziemlich cool vor allem es ist Todl einfach sowas zu da ein Ersatz Akku zu holen weil dann fährst du einfach in Baumarkt und holst dir einen Akku beim Dyson oder bei Miele musst du ein paar Dyson bestellen oder austauschen lassen je nachdem wie die verbaut sind das finde ich schon ziemlich cool das hat schon was das muss ich sagen es gibt wirklich du kriegst Ersatz Akkus anscheinend die gibt es bei Dyson ja sicher aber es ist halt nicht so niedrige Einstiegshürde wie du fährst zum Bosch Akku du sagst du gehst zu einer Baustelle und klaust oder auf einer Baustelle verwenden sie keine Bosch Geräte du siehst dass ich keine Akku also noch dazu klaut es keine Akkus ja genau also aber meine Aussagen rausbiebsen wollen der Alex ruft direkt zu verbrechen auf naja du sagst das ok aber du siehst ich habe null anrufen von dem zeich gut hopfen wir zum nächsten thema waren immer beim staubsaugen wir waren beim föhnen vom 100 1000 stehe wieder mal was ich habe eins so stimmt warte also du hast schon dein link ich mache jetzt du kannst noch drei in einem durch link stack du kennst du kennst link tree was ist link tree erklär es einmal für unsere zu serien und zu sehr und zu hör das ist einfach etwas wo du dir ein profil machst und all deine links reinschreiben kannst wie eine visitenkarte was ist alles von dir im internet genau link tree ist so eine extern gehostete Lösung du machst da einen account du haust deine links ein du machst da quasi deine visitenkarte und die links zu deinen lieblingsseiten zu deiner amazon einkaufs list zu deiner webseite zu blog zu dein podcast ja genau das ist einfach nur eine links sammlung und linktree ist halt so aufgebaut dass es halt todel einfach ist du hast ein schönes hintergrundbild ein profilbild eine kurze beschreibung nach und runter deine links linktree äh linkstack ist äh ist eine alternative die du selber hosten kannst das habe ich gerade gesehen ja ähm und ich mache jetzt einmal gleich einmal mein linkstack auf nämlich der ist jetzt natürlich ganz unverhollen eigenwärmung der ist links.murxen.at kannst du einmal drauf gehen links da kannst du quasi das gleiche machen aber du kannst selber hosten das ganze links.murxen mrxn.at mrxn.at ja das bist du ja da kannst du und das ist jetzt quasi so eine alternative zu linktree wie sie die ganzen heißen du kannst dir das selber hosten du kannst dir das selber deine links machen du kannst deine social icons da reinhauen wenn du welche hast oder auch nicht hast und du kannst du halt deine webseiten dein mein podcast habe ich verlinkt mein blog habe ich verlinkt mein mein horrorscope habe ich verlinkt mein archiv und die wetterkamera und so weiter er hat da das vorhaus und das vorhaus das ist das vorhaus das hintergrundbild muss ich noch austauschen gegen ein aktuelles von meinem blühenden palmengarten aber ja und das ist finde ich eigentlich ziemlich cool also jeder der quasi so eine kleine eigene digitale Visitenkarte machen will hat jetzt prinzipielle möglichkeit das auch selber zu hosten und du brauchst dafür eigentlich nur BHP fertig du brauchst keine Datenbank brauchst nicht du kannst bei der Installation nämlich auswählen ob du jetzt mal SQL Datenbank verwendest oder ob es SQLite verwendet und wenn du SQLite sagst dann sind das einfach Files fertig auf dein FTP du brauchst nichts das kannst du auf einer 99 Cent Webhosting-Lösung selber hosten und machen ich meine ich sage jetzt sogar so ja das ist das stimmt ja es ist genau das und ich habe mir gedacht ich mache für mich habe ich mir das jetzt einmal installiert und gebaut und hergerichtet und ja das ist nicht da hast du noch ein ich bin jetzt nicht eingeloggt du hast auch die Möglichkeit unterschiedliche Designs zu verwenden die alle alle sollen ziemlich cool sein du kannst das wollte ich dich eh fragen ob das von dir selber kommt der Effekt aber du hast noch nicht schon beantwortet nein genau du hast unterschiedliche Templates die du verwenden kannst du kannst sowas mit Sterne die sich bewegen verwendet Galaxy wo sich auch Sterne rund um ah du kannst sogar ich sehe da fügen da fügen anscheinend Leute auch welche hinzu ja genau also die sind jetzt hauptsächlich alle vom Hauptentwickler von Linkstack beziehungsweise von der Linkstack Community aber es gibt zum Beispiel ein Sea of Thieves Inspired Theme zum Beispiel und ja man kann es sich anpassen man kann die Hintergrundpille austauschen hat dann trotzdem vielleicht noch coole Effekte und so weiter drinnen kann da reinhauen was man will ich finde es eigentlich cool so als Visitenkarte das ist ein ziemlich cooles Stück Software ja muss ich muss ich sagen ja und das ist eigentlich alles auf einem Platz und fertig ist gar nicht schlecht ja cool das ist das ist sogar wirklich ein Pick ja das ist einmal ein richtig sinnvolles Pick ja hast du auch ein sinnvolles Pick naja ich weiß ich nicht also HBO hat entschieden dass Last Week Tonight wird jetzt ja kommt ja offiziell immer am Montag raus aber wird jetzt erst am Donnerstag auf YouTube veröffentlicht warum weiß man eigentlich nicht ich meine klar sie wählen dass du das Abo bei seinem Abschluss oder seinem Fernsehsein da schaust ja ähm nur ich weiß nicht ob das nicht einfach eigentlich komplett war Last Week Tonight auf YouTube immer vollständig verfügbar immer die komplette Folge es fällt glaube ich es fällt vorne es ist so wie beim ZDF Magazin Royale es fällt vorne der kleine Teil Comedy Part also Comedy Part wo halt einfach so unterschiedliche Themen auch können sein aber leider ein paar Minuten aber das Hauptthema um das geht das ist das das ist ja bei Neo Royale das ist das Hauptthema ja genau ist das gleiche Konzept ist das gleiche Konzept das Hauptthema ist das was nachher veröffentlicht wird genau und das kommt halt jetzt immer erst am Donnerstag ähm hat schon Oliver hat auf Twitter geschrieben ja er hofft dass sie das noch ändern aber ganz nachvollziehen kann ich das nicht und ich finde das eigentlich ganz ehrlich ich verstehe den Schritt eigentlich nicht ja weil ich glaube leichte up to date sein wollen müssen HBO schauen naja drei Tag warten ja oder oder heulen heulen ja genau ich meine du wie schon gesagt das Internet bietet sicher Möglichkeiten dafür ja es ist jetzt schon wieder ein Aufruf zu einer zu einer Strafportart es bietet Möglichkeiten dafür du kannst HBO Max ja genau okay sehr gut das war damit ja wie kommt da immer vor ich weiß es nicht da würde ich eher ich würde es ja sogar noch verstehen wenn sie sagen sie veröffentlicht überhaupt gar nicht mal auf YouTube weil dann denke ich mal ja okay man sie würden zwar wahrscheinlich an Reichweite einbüßen weil ich glaube viele haben schon Oliver über YouTube kennengelernt ja und ich wüsste nicht ganz ja es ist ein schwieriges Thema also ein schwieriges Thema sehr sehr schwieriges Thema aber ja logisch ist der Schritt nicht weil es erscheint mir kontraproduktiv gut möglich dann ein anderer Spaßpick und zwar Sea of Thieves ich habe daneben einen Rechtschreibfehler habe ich gesehen hat oder kommt jetzt auf der PS5 raus spielt man das noch das kannst du immer wieder einmal spielen weil es richtig ist ja war nicht meins war nicht meins du hast gespielt nein ich glaube du solltest diesen ich glaube du solltest das nächste Mal mit mit zwei also mit mir und noch zwei andere solltest du dich dazu schließen du kennst die zwei anderen okay das ist nämlich recht lustig ja ich bin generell nicht so der Freund von Online Multiplayer klar das ist wirklich was anders weil da geht es ja explizit darum Schwachsinn zu machen ich bin nicht so der Freund von Online Multiplayer du du hörst dich ja nicht naja das hat das hat nichts damit zu tun ich bin nicht so der Freund von Online Multiplayer warum weil ich Solo Games spiele spiele da wirklich einmal mit das wird dir gefallen du bist eigentlich du bist der richtige Troll dafür na ja ich weiß genau dass dir das gefällt wenn du da eine fremde Crew siehst die wirklich halt Spieler sein und du denen ihre Schätze klauen kannst na weil ich weiß dass ich voll failen wäre weil die die Kiddies die das spielen mich komplett fertig machen der Vorteil der Vorteil in dem Spiel ist es gibt ja keine Rang es gibt ja kein Rang System es ist jeder gleich schlecht ja und es ist es gibt nur die gleichen Waffen jeder hat das gleiche es ist alles es ist einfach auf Spaß ausgelegt das Spiel ist wirklich durch das dass es halt so zugänglich ist das ist auch die größte Schwäche weil du hast natürlich irgendwann ja was willst du noch tun aber du spielst das halt wirklich für Spaß also das ist einfach ein reines Spaß Spiel was super cool gemacht ist und segeln macht viel Spaß weil das weil das Meer so schön gemacht ja wie gesagt ich bin einfach nicht der Freund von Online Online Games ich komme das nächste Mal wenn wenn wir das wieder spielen ich komme einfach mal dazu ich habe es nicht einmal also kann ich nicht dazu du kannst du machst ganz einfach du holst da den Xbox Game Pass für das Probeabo da ist es drin hmm schauen wir mal das kannst du für ein paar Euro machen der Spaß wird es da wert sein und du kannst einen hässlichen Piraten anbauen natürlich ah also ich kann den wirklich meinem Aussehen angleichen ne das ist so sie haben da etwas gemacht du kannst ihn nicht es wird du kriegst immer wenn du Charaktere erstellst du kriegst immer was weiß ich ich glaube fünf oder sechs Charaktere zufällig alle zusammengewürfelt und kannst ihn immer neu würfeln lassen ähm und dann kriegst du halt irgendwann einen wo du sagst ja der passt schon also der ist genau so hässlich wie ja okay passt das ist cool ähm ja ja können wir mal probieren wie gesagt ähm online ich bin einfach aus dem Ding heraus wo ich mich online mit Leid konkurrieren muss oder nicht konkurrieren muss oder zum tun muss das du hast das noch nicht gespielt ach schauen wir mal okay gut der Alex hat mich überzeugt ich werde es vielleicht einmal probieren ja gibts vielleicht Bescheid wenn die online Sword auch einmal die Zeit haben die ich zufällig kann weil es ist es macht dadurch mehr Spaß wenn du mit Leid spielst die du halt kennst ja das war früher ähm Half-Life 2 Deathmatch und Counter-Strike auch so aber das ist halt 20 Jahre her bei mir das kannst du ja nicht vergleichen ja aber da hab ich auch viel Blödsinn gemacht oder da haben wir auch oft Blödsinn gemacht aber das das ist ja ja ich sag nur ähm wie hat unser Lieblingsspiel geheißen auf auf unserer ähm kleinen aber feinen Lahn Partys ähm mit die Vorderlader mein Gott der Schuss mein Gott nein Medal of Honor irgendein Mod nein 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 das war Half-Life Mod war das nicht oder war das ein Battlefield Mod nein das war ein Half-Life Mod ja das war das Spiel war ja wo man mit die Vorderlader ähm britisch Briten gegen ähm Amerikaner Unabhängigkeitskrieg gespielt hatten mit die Vorderlader ja vor allem es traurig war das war eine riesengroße Quarte und da waren sechs Leute ja und das war auch Hammer oder das hat Spaß gemacht irgendwann später glaube ich haben wir Bots dazu haben wir herausgefunden dass man Bots auch hinzufügen aber das hat Spaß gemacht damals ja und so ist Sea of Sea es halt auch und für unsere werten Zuhörer unsere letzte Lahn Party ist jetzt noch keine 20er her das ist jetzt sechs Jahre her warte ich kann es das sogar hinaus weil ich hab da ich glaube ich hab da ein Foto ich glaube es ist in drei Jahren wieder soweit in drei Jahren ist es glaube ich wieder soweit oder alle zehn Jahre haben wir gesagt ich meine ja es ist zwar ein bisschen ähm nach wie vor komisch aber es ist komisch wenn da ähm sechs, sieben erwachsene Männer im besten Alter so würde ich mich nicht bezeichnen also das muss ich auch dazu sagen es ist trotzdem komisch wenn sechs, sieben erwachsene Männer zwischen 35 und 40 zusammensitzen und altes Spielerspiel es war 2016 2016 es war acht Jahre gewesen ja also in zwei Jahren ist es wieder soweit und ihr zwei ihr hört es dazu gell ihr müsst das wieder organisieren dass wir doch in zwei Jahren wieder Feindlichkeiten werden wir schon irgendwo finden meine Unterkunft mache ich das letzte Mal das ist ein paar Minuten entfernt in der Pension ja du stimmt du bist ja da ich bin ja beim Hochstein nachher abgestiegen ja sonst vielleicht machen wir es in Wien draußen ist für mich ein bisschen eine unsinnige Anreise aber gut für die anderen vielleicht einfach auch es wäre glaube ich in Summe für alle einfach außer für mich außer für die außer für die ja vielleicht sollte man es in der Mitte treffen in Klagenfurt oder was was immer das für alle nein bitte nicht der Fall lieber noch in Wien das war einfach nein ist kein Problem gut ich hab das muss man jetzt sagen ich hab die ich hab die ich hab die ultimative Karte gezogen Klagenfurt ja naja prinzipiell passt mein PC und der Monitor sicher irgendwo in eine in eine in eine in eine größere Reisetasche eine es ist so das Problem leider ist halt das Problem wenn jeder ein Laptop hätte war alles einfach ich hätte ja ein Laptop aber auf dem gehen halt keine Spiele weil es ist ja halt das allerbesteste Betriebssystem der Welt und auf dem laufen ja keine Spiele was ist denn das für ein Macbook Macbook ist halt für Spiele nicht sehr wirklich geeignet vor allem nicht für die alten Spiele was mit auf zocken weißt du was ich doch glaube ich sogar mal beim überlegen bin wenn wir das wirklich machen ich wäre mir da da gibt es ja die Firma wie heißt das warte mal wie heißt das zeig ich glaube ich würde mir da bei Grover wirklich ein Laptop ausleihen das würde sich sogar anbieten für den Fall weil du denkst was ist mir wurscht da denke ich mir ja okay dann lass den Spaß lass mich das was kosten und dann hab ich Ruhe ja stimmt okay ich sieg da kostet MS iKatana 15 Zoll mit einem i7 13 620 32 gigabyte RAM geforce rtx 4060 ja würde mich 120 euro kosten das ist das ist für einen so ein Spaß das ist mal sagen wir so für den Spaß könnte ich es machen ja und für mich war okay weil neun haue ich das wirklich in Rucksack rein und fahre in Zug nach Wien und fertig weil ich muss nicht monitor und desktop um schleppen sondern habe alles auf dem teil installiere mir alles was notwendig ist vorab und fertig stimmt schon ich sehe es sogar billigere als es muss schon ein gaming notebook sein so ja ja klar es gibt sie haben eh nur gaming ja eben da reden wir zwei jahre erinnerst mich nach noch mal wenn wir das auf Wien verlegen ja also da sag ich das könnte man wirklich ja es ist okay könnte man riskieren dass ich sage für das einen Monat weil es ist mir wurscht wie der Kibel dann ausschaut tatsächlich ja so mein Gott es gibt es 60 Euro pro Monat so 15 Zoll MSI hast das gefunden ach ich bin auf grover.com at ja musst aber draufklicken das ist das Problem weil du musst wenn einen Monat nimmst sind sie immer teurer stimmt ja sind 120 okay stimmt bist auf dein Ding ja wo ich aber sage ist mir in dem Fall wurscht weil bevor ich da jetzt was mitschlepp ich habe das gleiche Problem ich habe das beste betriebssystem der welt wo nichts drauf funktioniert außer arbeiten da das arbeiten und entertainment achso na arbeiten ja ich habe kein entertainment läuft sowieso im browser richtig das ist eigentlich wurscht wo das läuft also genau das betriebssystem der welt ist halt nicht vorbereitet für spiele ich bin nur ich stehe nur mal auf arbeiten ja das ist halt das aber das wird dann so in die richtung halt gehen bei mir wäre aber sogar vielleicht für alle dann sogar option dass man sagt ja bevor da jetzt jeder sein laptop mit sagt ja für die in wohnen ist es eh wurscht ja wenn es in wien wäre ja aber das sehen wir das würden wir uns anschauen du hast noch ein Video das glaube ich habe das schon geschickt glaube ich das Sarah die zum super bowl gelaufen ist ich habe selten also ich bin überrascht dass noch jemand sowas macht ich habe selten so eine lustige Werbung gesehen ok muss ich finde den typ sowieso side arrested development ist ich habe dann selber mal nachfragen müssen was Sarah wie überhaupt ist ich habe keine Ahnung gehabt weil das ist anscheinend in Amerika so wie Nivea ungefähr also super langweilig ist halt so super basis feuchtigkeitscreme für make-up und was was alles und die sind halt eigentlich super konservativ langweilig also da steht hauptpflegeprodukte mit dermatologen entwickeln aber wenn auf die website gehst das schaut aus es ist eine weiße weiße Verpackung mit einem blauen keil immer drauf oder grün oder was 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 immer okay okay also dann hauen die so eine Werbung raus wo du denkst okay okay der ist auf den Superbowl gelaufen okay ja ja das mein einziges Problem mit Michael Sarah ist ich kann den Typ einfach nicht ernst stimmen aber vielleicht kommt er genau der richtige für die Werbung deshalb die Werbung ist so absurd lustig das ist einfach super weil er macht eigentlich da drin sozusagen er ist der erfinder von Sarah und deshalb heißt Sarah we weil er heißt Michael Sarah es ist das ist echt Hammer ja cool ich habe da das gar nicht geschickt es kann sein in den letzten Wochen habe ich so viel von den ganzen Superbowl Sachen gesehen ich weiß nicht ob ich das vielleicht habe keine ich habe das so leid zufällig auf YouTube empfohlen weil du gesagt hast das war Superbowl Werbung es war Superbowl ursprünglich aber aber ist cool das ist herrlich das ist herrlich gut dann kommen wir zum grande finale nämlich zu den Lesepeaks und wir knabbern schon wieder fast an den drei Stunden wollte ich sagen ich habe mir gedacht das wäre eine kurze Sendung aber ja was tut meine Deutschland so Fans es gibt eine coole es gibt eine coole GitHub Seite und die listet so gewisse also genannt dieses YouTube Oddities also die YouTube Merkwürdigkeiten oder wo sich YouTube sehr komisch verhält und die listet so gewisse ein paar so eine Lifehacks oder Hacks auf die Leute drauf kommen sehen zum Beispiel gibt es so gibt es so eine YouTube hat ja gewisses Limit für Kanal Namen Titel Titel von Kanal Namen wie lang die sein genau zum Beispiel nur 30 Buchstaben manchmal ich glaube du musst man da mit YouTube direkt in Kontakt treten kannst YouTube Kanal Namen mit 50 Zeichen Länge machen über die API hast du die Möglichkeit einen YouTube Kanal mit einer Länge von bis zu 451 Zeichen zu machen da gibt es zum Beispiel ein Beispiel der YouTube Kanal hat eigentlich einmal prinzipiell eine Länge einen Namen gehabt mit 451 Characters und zwar heißt der Boing 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 oder es gibt einen Kanal Nommen der hat 451 Zeichen der Jacks New Epic YouTube Channel with every very long name and this will go on a silver creator award also known as a play button or maybe bla 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 ewig lang nome die Möglichkeit teilweise über die AP anzulegen noch gibt es du kannst Videos anlegen ohne einen Titel no title es es du gibst einen character an ja aber der hat halt das ist a zero width space also das ist du kannst keine ahnung das irgendwas mit länder das habe ich mir jetzt gar nicht genau angeschaut du kannst videos aufladen mit einer unendlichen länge cool ja du kannst videos aufladen den und es gibt bei youtube zum beispiel ein video das geht nicht und zwar seit 18 jahren das video geht nicht das video ist bei youtube kaputt aber es ist drin und das geht nicht ok nach lichten sie zum beispiel video with the best video id zum beispiel come come gay witzig ja also die video id sie werden ja generiert ja ja die sind normal so und und durch schaub zeichen folgen ja genau nach gibt es channels warte mal dann gibt es videos a video which is forever processing das ist ungefähr so wie unser podcast channel auf youtube der ewig long processing war das video da dieses video wird gerade verarbeitet versuche es später noch einmal seit 13 jahren ok cool ja also das ist echt so ja youtube merkwürdigkeiten wo man sicher ein bisschen durchklicken kann das ist schön gelistet und solides siegt die dumme halt noch gleich mit zirgen oder das passt eigentlich ich weiß was kommt ja das hätte eigentlich sehr gut dazu unsere diskussion davor gepasst zu die autos das das so umfrage eu weit die man gemacht hat zu e-autos und prinzipiell ist es auch so kämen dass vor allem in österreich die leid am verbrenner festhalten und 60 prozent halten im verbrenner immer noch für die nachhaltigste antriebsart ich bin jetzt gar nicht überrascht dass das so ist ich finde das aber ist schon unter anführungszeichen erstaunlich dass es nur mal 60 prozent sind in der EU ja finde ich schon erstaunlich es ist die frage gestellt worden als nächstes auto ein e-auto in den mark 77 prozent in norwegen 75 prozent in italien 58 prozent in schweden 54 in finnland 50 prozent in österreich 15 ja was halt auch das problem ist man sieht halt ganz klar die länder an die da oben sind die haben überall restriktionen in große städte für normale verbrenner etc und dann passiert das automatisch was mich in der Hinsicht aber extrem überrascht ist zum Beispiel dass Italien recht weit vorne ist weil Italien ist ein Autoland ja ich was die sachen jetzt weil in rom wärst du nicht überall mit dein Auto nur noch weniger wie wie österreich bereiter e-auto zu kaufen sind die schweizer und die holländer gut es heißt jetzt nicht viel was was sollen es machen es kämmen e-autos also der zug ist schon abgefahren ja es kommt und im Idealfall ja werden wir sowieso alle weniger Autos fahren das ist das nächste im Idealfall also vor allem Stadt und nahstädtischer Bereich das ist sowieso eine Sache die kommen wird also ich verstehe dass im ländlichen Raum das nicht überall möglich ist das ist vollkommen klar im Moment und ja da wird halt das natürlich so sein nur halt wenn lkws und was weiß was alles Busse mit e-auto mit batterien zurecht kommen warum dann nicht der hans jörg michel michel von was was ich will ja genau ist einfach so einmal zum durchlesen wie das halt so wie es halt eu weit gesehen wird und wie es halt einzelne länder sehen in österreich ist die ablehnung was ich halt einfach nicht verstehe österreich hat keine autoindustrie und die ablehnung ist hoch ich verstehe es in deutschland deutschland hat hat einfach deutschland ist eine auto industrie nation dass da die abkehr vielleicht sogar konzerngesteuert ein bisschen ins negative geschoben wird verstehe ich voll und ganz für deutschland dass da die großen autokonzerne sagen na verbrenner sind uns am liebsten die sind bei uns seit ewigkeiten erprobt das volk soll am besten das gleiche sagen dazu aber österreich hat nix österreich hat kein österreich hätte eher die chance damit einzusteigen nämlich die ganzen österreich hat extrem viel auto zulieferer und da ist eine extrem große chance in dem wachstumsmarkt durchzugreifen problem ist halt auch die ganzen zulieferer müssen das problem ist ja das dass diese ganzen motoren zulieferer natürlich die haben ein problem ja die haben ein problem weil was wollen sie jetzt machen weil ein e-motor ist eigentlich ja der ist wie er ist aber e-autos brauchen andere sachen e-autos brauchen e-motoren e-autos brauchen interessantere elektronik e-autos brauchen ausgefeilte software das ist alles was wir können in österreich das schaffen wir wenn wir wollen aber es will ja es ein oder andere unternehmen will es ist ja okay aber aber dass trotzdem die ablehnung so groß ist in österreich verstehe ich nicht ich glaube einfach das ist halt das typische ja war schon immer so hammer immer so und dann irgendwann geht es halt eh schnell und dann sagen sie naja eigentlich super das ist das ist der klassiker aber ich weiß das ist die frage ich weiß nicht wie die studie gemacht du musst ja das bedenken natürlich was da sicher mit reinspielt ist halt ein oder der preis von e-autos das ist natürlich als beispiel du kaufst klassischen kleinwagen um 15.000 euro immer und jetzt stellen es dann die option hin ja dein nächstes kostet 45 aber was auch eine spielt und das hast du in anderen EU statt nah ist das sind die geschürten ängste mit die autos kann man nicht löschen die autos fangen spontan zu brennen an mit den autos kimpfst du nicht noch von A nach B ohne es eine Stunde zu laden und das sind ja als Sachen die mittlerweile schon mehrfach widerlegt worden wenn ihr E-Auto brennt ja aber es explodiert nicht die ganze Ortschaft du brauchst in österreich generell ein bisschen länger bis das so ist aber man ist halt immer im Zusammenfall vom dritten reich immer noch nicht ganz manche hängen noch ein bisschen dran glaube es ist so dass die Aufarbeitung auch nicht was super war die politische Aufarbeitung hat recht lang gebraucht ja war halt als Thema ja gut dann letztes Thema wir bleiben unter drei Stunden das war mein Ziel das war dein Ziel ja ich habe einen Leser Artikel in dem Fall wirklich du war von T3N war das in dem Fall Apple Vision Pro statt iPad also in Zukunft dass es iPad halt durch das abgelöst werden könnte ja sie die Ansicht kann man recht gut teilen ja dass das für ein Entertainment Bereich zum Konsumieren von Sachen zum Großteil durchaus Synergie ja also ich sehe ja das iPad ist ein reines Produkt für Medienkonsum das iPad ist sicher für viele ein gutes Arbeitsmittel also keine Ahnung für Leute im Haushalt kein Notebook brauchen oder haben wollen ist mit dem iPad kann man 0815 Dinge wie Fotos sichern Dokumente schreiben Internet surfen und Bestellungen machen super lösen das wird mit der Vision Pro dann irgendwann auch möglich sein und Medienkonsum das ist iPad und ich glaube solche Sachen werden sich mit der Vision Pro machen lassen in Zukunft natürlich zu einem anderen Preis wie so einfach der iPad aber Warte mal du weißt was hingeht es ist die Pro das heißt das muss ich irgendwann ein Einstiegsmodell auch kommen davon aus ja cool ja gut dann haben wir das jetzt auch abgefrühstückt abgefrühstückt und dann kann man jetzt sozusagen der Clemens kann im Vorhaus das Licht ausmachen das ist gar nicht so leicht weil im Vorhaus habe ich sind alles alles Lampen die mit Kerzen funktionieren also ich muss jetzt da in Diener durch die Gegend schicken der hat jetzt den Stab so wie früher bei den Straßenlaternen und fährt jetzt drauf und tut die ausmachen also ich muss das selber machen das sein mal froh weil wäre furchtbar ich muss jetzt nur schauen wo ich mein Golf Wagerl abgestellt habe damit ich vom Aufnahmestudio jetzt ins Nachbearbeitungsstudio fahren kann das ist gut das gehen mag nicht ich hab heute schon 25.000 Schritte über mein Anwesen gemacht und ich mir zu mir gedacht du hast so einen Husky Schlitten wo die Huskys ziehen nein wir haben ja keinen Schnee mehr ich meine auf Rädern achso das wäre schon stilvoller als mit seinem blöden Golfwagen da vorne nein ich fahre jetzt mit meinem Benzinbetriebenen ich bin in Österreich mit meinem Benzinbetriebenen Golfwagen ins Studio zum Cutten gut das war's das war der Abschluss und wir hören uns in nächster Zeit wieder mal passt okay ciao